Dieser PeteCast wird präsentiert von Audible.com. Holt ihr jetzt ein kostenloses Hörbuch und einen kostenlosen Probemonat unter audibletrial.com slash PeteCast. Ihr habt die Auswahl aus über 150.000 Hörbüchern für euer iPhone, Android, Kindle oder MP3-Player. PeteCast. Fakten seriös präsentiert. Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zur PeteCast Folge 50. Und mit dabei heute Dado Kart natürlich als Special Guest hier. Guten Abend, hallo. Hallöchen, Sepp ist mit dabei, hallo Sepp. Hallo Sepp. Endlich aus seinem Urlaub slash Umzug zurück. Ja, im Arschurlaub. Und dann haben wir heute noch zwei Leute dabei, die dem einen oder anderen Zuhörer schon bekannt sein dürften, weil sie bei uns auf dem Kanal öfter mal Auftritte haben. Oder aus dem Dschungelcamp. Genau, aus dem Dschungelcamp eventuell. Einer von denen betreibt auch einen eigenen YouTube-Kanal. Und wir reden natürlich von einfach von Magic LeFauco, Hallöchen. Hallo, hört alle den. Und Mighty Mickel. Hey, ja, ich hab auch gehört, die machen einen sehr guten Podcast, die beiden. Wurde mir so gesagt, keine Ahnung. Genau, und die Jungs, das sind natürlich aus dem PHP, aber wir dachten halt so, aufgrund der Not der mangelnden Personenanzahl, ja, erbarmen wir uns. In der Not müsste der Teufel fliegen, ne? In der Not müsste der Teufel fliegen, ja. Ja, ist das schön. Ja, und natürlich bedanken wir uns an dieser Stelle auch wie jede Woche, ja, weil wir vergessen das nicht, bei Nitrado, den geilen Eichel leckern, fürs Hosten des Podcasts mit über, ich weiß gar nicht, ne, wir sagen nicht, wie viele Leute zuhören. Viele, viele hunderttausend. Sehr viele. Ich bin immer ganz nervös, wenn wir hier aufnehmen, deshalb. Millionen. Tatsächlich viele hunderttausend Leute sind dabei. Über ein Dutzend, ja. So, und dann beginnt die größte Frage natürlich diese Woche, wie war eure Woche? Oh, strengend, Stille. Jetzt alle auf einmal oder nacheinander? Ich hatte frei, ich hatte frei, Dennis, das war total toll, ich fühle mich total erholt und so. Ich hätte, glaube ich, lieber gearbeitet. Hattest du das Unternehmen, Sepp, oder hast du das alles selbst getragen? Ne, ich habe alles selbst gemacht, also getragen. Was hast du überhaupt gemacht? Also ich bin ja umgezogen, ich bin von dem einen Stadtteil in Köln zum anderen Stadtteil in Köln umgezogen. Von Kalk Richtung Flughafen. Und das ist alles rechts rein, das ist schon Köln. Wo ist denn es ja schon gar nicht mehr zu Köln zählen eigentlich? Und ja, es sind so gut 10, 10, 15 Kilometer oder was. Aber leider auch vom ersten Stock mit großem Aufzug in den vierten Stock mit sehr, sehr kleinem Aufzug. Was dann natürlich dazu führt, dass man doch sehr, sehr viele Sachen einfach immer vier Etagen hochschleppen muss. Und wenn man dann so einen doch mittlerweile gediegenen Hausstand hat mit Möbeln, die man nicht immer direkt neu bestellt und kauft. Und dann auch gerne mal so eine schöne große Couch mitschleppt und immer einen schönen großen Kleiderschrank. Dann, ja, lernt man schon seine Knie zu schätzen irgendwann. Ja, aber hast du die Sachen nicht vorauseinander gebaut? Ja doch, aber kriegst du trotzdem nicht in den kleinen Scheißaufzug rein. Ich bin ja auch so jemand, ich ziehe ja auch relativ häufig um und ich bin immer zu faul, diesen Scheiß immer auseinanderzubauen. Und denke mir dann, das kriegt man auch irgendwie so ein ganzes Stück rum. Ja, aber das passiert ja dann nicht. Es passt ja dann nie. Ja, nee. Währenddessen merkst du mal, das Scheiße muss ich jetzt doch hier alles auseinanderbauen. Und dann brichst du dir trotzdem auf der Treppe irgendwie mega einen ab. Aber was spricht gegen Unzugsunternehmen? Äh, Geld. Die wollten, glaube ich, so 100 Euro verscheiden. Die wollten Geld. Weißt du, und für 1000 Euro, da mach ich das lieber selber. Ja. Also ich ... Ist ja auch für so einen Transporter irgendwie, was zahlst du da? 100 Euro? Naja, ich hab dann bei einem Kollegen, der hat dann von einer, äh, durch Connections einen Transporter, einen großen, besorgt. Ist der noch besser? War das sogar kostenlos. Er ist vom Truck gefallen. Der ist vom Truck gefallen. Der Kollege, der der Transporter hat. Beides. Und, ähm, ja, dann hatte ich so noch fleißige Helferlein, ähm, die damit angepackt haben, weil, weil ohne Scheiß alleine kannst du ja sowas nicht stemmen, ey. Da bist ja ... Ich so als normaler Gammel, äh, Gammelschreibtisch-Hocker, weißt du, der, der kann sowieso nichts tragen. Und, äh, da bist du dann schnell auch am Ende irgendwann. Die Sache ist auch, ich bin, glaube ich, die letzten Jahre so jährlich umgezogen einmal. Jedes Mal so mit so, hey, Freunde, helft mir doch mal. Ja, im Kopf. Da haben wir alle keinen Bock mehr, so. Ah, heißt schon irgendwie, dass das mein größtes Hobby ist, umzuziehen. Aber es ist ja auch immer spannend in einer neuen Umgebung und so. Halt immer alles neu einrichten und so. Ja, einrichten bin ich auch ganz schlecht drin, ey. Ja, Mikkel ist so Tine Wittler 2.0. Das wäre schön. Auch körperlich so. Auch körperlich, ja. Wow, 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 wow. Das von dir, Andi. Wir nehmen doch mal zusammen einen Podcast auf, ey. Wir gucken uns einfach heute mal das Daily Shit Thumbnail an. Da sieht man schon, wie ich ihn echt auch aussehe. Also, ja, da darfst du nichts sagen, Mikkel. Ich weiß, ich kenne es noch nicht. Ist das schon online quasi? In der Dropbox. Ach ja, aber schon sehr lustig. Ne, und sonst halt war letztes Wochenende viel schleppen und dann jetzt durch die Woche halt die alte Wohnung auf Vordermann bringen und entrümpeln, den Kellerraum entrümpeln und halt putzen, weißt du? Du kannst ja nicht deine Wohnung wie Sau hinterlassen. Musstest du noch streichen? Streichen, genau, streichen ist auch noch gewesen. Das ist ja mal richtig. Die Bude streichen, dann noch in der Wohnung, in der neuen Wohnung, dann noch ein bisschen Farbe auch reinbringen. Haben wir auch direkt gemacht. Hast du jetzt geile farbige Wände oder was? Ne, nur immer so akzentweise. Weißt du, du bist ja dann irgendwie voll genervt und dann sagst du, ach komm, eine Wand reicht ja so als Akzent. So hinterm Bett und hinterm Fernseher haben wir dann eine Wand jeweils so ein bisschen farbig gemacht. Um halt nicht nur weiße Wände zu haben, weil nur weiße Wände ist dann doch echt bei einer großen Wohnung schon ein bisschen langweilig. Und, welche Farbe ist es geworden? Rot im Schlafzimmer? Ne, im Schlafzimmer ist es grün. Und wo im Spiegel? Helles Olivgrün. Und im Wohnzimmer hinterm Fernseher ist es so ein grau-blau, so ein helles Blau mit Grau. Aber hier, Andi, du sagst gerade ein Spiegel über dem Bett. Ein Spiegel über dem Bett ist schon geil eigentlich. Ein Spiegel neben dem Bett ist viel besser. Warum hat man wohl einen Spiegel über dem Bett? Ja, warum hat man den so? Aber wozu hat man ihn neben dem Bett? Guckst du nicht so gern beim Schlafen, Dennis? Nein, das ist relativ simpel, ja. Wenn du da liegst und du wirst, er hat geritten von irgendeiner geilen Nutte, wie Andi zum Beispiel, dann kannst du dir gleichzeitig auf den Arsch gucken. Ich verstehe. Echt, von oben? Deshalb hab ich den seitlich, Bram. Wirst du immer seitlich geritten? Nee, aber dann kannst du von oben, siehst du das ja nicht von oben. Dann hat er es noch einmal im Kopf hier, weißt du. Nein, aber wenn du einfach liegst, weißt du, dann kannst du, ist okay. Aber dann siehst du dich ja immer selbst, Dennis. Das ist doch auf Feuer abtören, oder nicht? Also jetzt nicht auf dich bezogen, sondern generell. Alles klar. Alles klar. Dennis, wir werden dir dann auf den Arsch auf den Sex. Oh, Andi. Das war nicht so gemein. Nee, das ist okay. Das merke ich mir. Würde ich jetzt auch sagen. Ja, aber generell so ein, ich sag mal, ein großzügig ausgestattetes Schlafzimmerspiegel. Nee. Ein Schlafzimmer großzügig ausgestattet mit Spiegeln so rum, ist doch eigentlich gar keine schlechte Sache. Ja, klar. Wenn du so ein bisschen selbstverliebt bist, auf jeden Fall. Ah, Dalo, wie sieht bei dir aus? Ich bin ja eher der Fan von Kameras. Ja, direkt mit OBS verbunden. Just in case. Man weiß ja nie. So scharlich-schienmäßig. Ja, Stream-Keylight eingegeben von Newport und dann auf Stream drücken. Ich doch. Okay, cool. Aber das heißt, die Wohnung ist dann, zumindest der Umzug ist dann fast geglückt. Mit Ausnahme von Wohnungsübergabe und dann heißt es nur noch einrichten. Genau, heute Abend kommt noch quasi die alte Wohnung, die wird dann übergeben. Da ist noch Schlüsselübergabe. Und nun freuen die neuen Mieter sich über die neue Wohnung, die ja auch als Pärchen da einziehen, wo wir dann uns fragen, Alter, die Wohnung ist doch schon ein bisschen klein. Aber gut, können sie ja gerne machen. Ja, aber die haben auch keine Katze. Ja, die macht's aus, auf jeden Fall. Und die müssen vielleicht auch nichts aufnehmen oder so, weißt du? Ja, das stimmt. Das sind doch Studenten. Ja, als Student zwei Zimmer, was willst du denn mehr? Da bist du ja froh, wenn du zwei Zimmer hast. Echt? Als Student zwei Zimmer ist ja quasi schon hier königreich. Und das in Köln, ey. Das Schlimme ist ja, dass die Wohnung halt auch echt nicht so günstig ist. Also meine alte Wohnung ist fast so teuer wie meine neue Wohnung. Von daher rund halb so groß. Aber gut. Na gut, aber bevor hast du auch in Köln gewohnt, waren jetzt nicht mehr. Na echt mal. Jetzt ist es so hier am Flughafen. Ne, das stimmt schon, ja. Nice. Ja, aber jetzt so mit neuem geilen Büro. Das ist ein riesen Schreibtisch jetzt. Da weißt du gar nicht, wohin mit dem Platz. Stellst nochmal fünf Bildschirme auf extra, nur damit es voll steht. Dann heißt das, das läuft. Ja. Wunderbar. Ja, wird schon cool. Dann, Dalu, wie war deine Woche? Meine Woche? Ja, ich war in München gewesen. Und das ist ja auch sechs Stunden Fahrt. Wir haben da Street Fighter gespielt. Also ein kleines Launch-Event-Turnier. Das war so, glaube ich, erstmal das Highlight der Woche gewesen. Das hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich kann es für mich auch nur empfehlen. Ich habe sowas von rasiert, ja. Ja, das war ja auch klar. Da hast du schon drüber reden, welchen Platz du gemacht hast und so? Ja, kann ich drüber reden. Ich habe sogar gewonnen. Oh cool, was gab es denn? Gab es irgendwie 1.000 Euro oder so? Es gab eine unterschriebene PlayStation 4 vom Street Fighter Producer, was ich ziemlich cool fand. Deswegen wollte ich auch unbedingt gewinnen. Das ist so tryhard. Man muss auch an der Stelle mal sagen, dass du voll der Street Fighter Beat'em'up allgemein Nerd bist, ne? Ja, also Street Fighter sowieso. Obwohl ich, als ich auf dem Turnier gewesen bin, waren vier YouTuber und jeweils vier Community-Mitglieder. Und die Community-Mitglieder, die da waren, das waren zwei Leute, die regelmäßig auf Turnieren spielen. Und als wir so zwei Stunden im Warm-up so ein bisschen gedaddelt haben, um mit dem Spiel auseinander zu setzen, muss ich zugeben, dass ich gegen einen von den beiden keinen einzigen Kampf gewonnen habe. Boah. Krass, und wie konntest du dann trotzdem gewinnen? Äh, ich glaube, dass die beiden unglaublich nervös waren, als die Leute zugeschaut haben und die Kamera an war. Oh je. Ich glaube, das hat einiges ausgemacht. Das ist häufig so, das stimmt. Ah, okay, krass. Das heißt, die haben dich vorher richtig rasiert und als die Kamera angenommen konnten die nichts mehr? Ja, es war sehr amüsant, weil am Anfang wurde man kurz interviewt und... Und da wurde so ein bisschen gesagt, ja, ich bin so besser als so ein Anfänger. Das ist also sowas in der Art, das fand ich dann sehr witzig hinterher. Aber dann ist es ja so ein bisschen so wie bei Schlag den Raab, wo Raab ja eigentlich voll der Lappen ist, aber... und die anderen irgendwie, weiß ich nicht, voll die Sportathleten und dann nachher irgendwie voll abkacken, weil dann irgendwie die Kamera abgeht. Ja. Und die dann so ein bisschen verunsichert sind und... Nervös vor allem, ne? Ja, nervös. Das ist schon nicht zu unterscheiden. Ja, ich glaube auch, dass du das nicht zu unterschätzen. Ich glaube auch, dass der Raab deswegen des Öfteren mal gewonnen hat. Glaube ich nämlich auch. Ja. Gehe ich wirklich stark von aus. Also die beiden sind ja, wie gesagt, sehr, sehr, äh... Ich dachte eigentlich, weil die so oft auf Turnieren spielen, ist das jetzt für die weniger ein Problem. Weil da gucken ja dann halt auch immer Leute zu. Das ist ja auch lokal vor Ort und so weiter. Wie viele Leute... Ja, aber trotzdem spielst du ja vor dem Publikum, die Leute, die da sitzen. Ich dachte so eigentlich, dass gerade für die das dann vielleicht weniger ein Problem ist, aber das scheint wohl, äh, ja, der größte Faktor gewesen zu sein. Krass. Naja, aber dann hast du jetzt eine geile... Dann hast du, was machst du mit deiner eigenen alten Konsole oder wählst du die einfach? Ähm, meine eigene, also die alte Konsole, die nutze ich natürlich weiterhin. Und das ist halt immer das Problem, weil die ist ja voll mit, äh, den ganzen Games und so weiter. Und, äh, ich spiele die, finde... Ähm, aber, äh, ich hatte ja auch einen Community-Mitglied auswählen können. Und, äh... Du hast dann irgendwie so einen Lappen genommen, damit du direkt wusstest, dass du gewinnst, Er hatte an dem Tag Geburtstag gehabt. Äh, und, äh, der wollte halt auch unbedingt mal auf so einem Event mitmachen. Er hatte keine Ahnung in der Hinsicht von Street Fighter. Ich wollte ihm am Anfang halt noch ein bisschen was zeigen. Das hab ich auch gemacht. Und, äh, war super cool gewesen. Er hat, äh, bei Stirnbänder selber mitgebracht. Also, Rioux-Stirnbänder, wo Team Darlucat draufstand. Fand ich super lustig, dass er es halt einfach gemacht hatte. Und, äh, ich hatte ihm dann halt gesagt, äh, wenn ich das Turnier wirklich gewinnen sollte, dann, äh, schenke ich ihm eine PS4. Hat er sich tierisch drüber gefreut. Also, aber nicht deine alte, sondern eine neue. Eine neue, ja, genau. Okay. Und was machst du mit deiner alten? Hab ich doch gerade gesagt, die alte behalte ich doch selbst. Die muss ich jetzt, äh, die brauche ich jetzt zum Spielen. Ja, aber du hast doch jetzt auch die, die neue PlayStation 4. Ja, was mach ich wohl damit? Steht im Schrank. Die kommt im Schlafzimmer. Du bist ja richtig geiler. Die kommt, ich hab einen Spiegel im Schlafzimmer dahinter gestellt. Die kann so noch weiter. Ich kann ja immer auf den Arsch schauen. Ja, steht der Mikkel drauf, wa? Oh, ja. Ja, nice. So, dann, ja, Mikkel, was hast du die Woche gemacht? Gab es irgendwas Interessantes bei dir? Ah, weißt du, ich hab verdammt viel gearbeitet. Von frühmorgens, von frühmorgens, von abends. Ja, von morgen. Gifst du da rausgesucht. Ja, diese Woche war sehr viel auf Twitter irgendwie los mit so Gifs und so. Wir hatten dann ja auch noch den lustigen Gif-Battle. Hatten wir den, ja, ne? Ja, hattet ihr. Ja, war lustig diese Woche, ja. Ja, Twitter war, Twitter war interessant. Aber ansonsten war irgendwie nichts Erzählenswertes bei mir. Ich hab den Hund gehütet. Ja, ich weiß nicht, ich würd den Punkt jetzt schnell weitergeben, weil ich nicht so viel gemacht hab. Ja, Andi hat auf jeden Fall ganz viel gemacht, ne? Ja, ich hab nämlich grad Semesterferien und schreibe Klausuren und muss deswegen lernen. Richtig geil, ey. Unglaublich spannend, oder? Nur Party machen heißt das ja. Was studierst du nochmal? Informatik. Das heißt, die nächste Klausur ist tatsächlich eine Mathe-Klausur, die ich letztes Mal eventuell ein bisschen verhauen hab. Mathe 1 oder 2? Aber die Frage ist, verhauen wegen faul oder verhauen wegen nicht können? Das ist, das ist das Ding, weißt du? Ich bin der festen Überzeugung gewesen, dass ich's kann und ich konnte's auch. Also immer, wenn ich Übungsaufgaben gemacht hab, hat das locker geklappt. Aber dann in der Klausur haben die gemeint, nö, so kannst du das nicht machen. Auch wenn wir das so besprochen haben, nö, so kannst du das nicht machen, das geht nicht. Und dann bin ich halt durchgefallen. Ach krass. Darf ich's nochmal probieren? Das ist sehr nett, ja. Ja, also wenn ihr Informatik studiert und kein Mathe könnt, dann, äh, probiert's trotzdem. Ist so wie mit Maschinenbau, ne? Du darfst ja auch nicht anfangen, ohne Mathe zu können. Das wissen viele auch nicht so. Was, ich brauch Mathe? Oh, scheiße, Mathe war ich nie gut. Aber Maschinenbau ist cool. Ja, ähm. Aber du bist zuversichtlich? Ähm, ja, 50-50. Also... Ist das bei dir Mathe rein oder zwei, Andi? Das ist, äh, das haben wir nicht. Das heißt bei uns einfach Analysis. Deine erste oder zweite? Ich wollte gerade sagen, okay. Okay. Kein dummer Spruch hier. Ist das quasi deine erste oder die zweite Mathe, äh, Runde? Äh, also es gibt zwei Stück. Einmal LAG, also Linear Algebra, die hab ich schon bestanden. Und dann jetzt noch das andere. Ah, Mathe 2, ja. Ja, das ist ein bisschen... Okay. Das ist tricky. Ja, das ist nicht so ganz so einfach. Mathe-Nerds unter sich. Aber easy hab ich mit zwei bestanden. Ja, easy. Ja, da ist das natürlich für mich kein Problem. Wirklich? Muss es so schalten. Wenn selbst Sepp das geschafft hat, dann willst du das ja hinkriegen. Echt mal. Andi. Schaffst du ja wohl. Ja, gut. Cool, cool. Aber das heißt, äh, wann schreibst du die? Montag dann? Montag, ja. Montag an Mittwoch und die Woche drauf nochmal. Ich glaub Dienstag ist, dann bin ich durch. Wann schreibst du die Montag? Äh, neun bis elf Uhr. Alles klar. Neun bis elf Uhr könnt ihr mal auf Twitter bei der Folko, ne? Und den mal ein bisschen anfeuern. Ja, das lese ich dann natürlich auch alles während der Klausur. Ich hab dann mein Handy so nebendran. Wie brinst du die ganze Zeit? Es kommt immer gut in der Klausur. Voll gut. So was ist es. Tatsächlich, jetzt ist es kein Spaß. Bei uns war es so, wir dürften quasi alles mitnehmen. Ja, bei uns oft auch. Ich hab jetzt auch eine Klausur, wo ich alles mitnehmen darf, wo ich theoretisch mir auch mit Computer noch irgendwas ausdrucken kann, was ich im Internet finde. Aber ich glaub, solche Klausuren sind immer die, die am schwersten sind. Ja, genau. Weil das nicht aufschreiben von, schon Wissen ist, sondern einfach, du musst alles Neue quasi, ja, haben. Das ist halt ... Man muss es auch verstanden haben wahrscheinlich. Ja, genau. Ja, find ich auch immer. Wie gesagt, weil ich hatte viele solcher Klausuren, wo ich tatsächlich auch mein Laptop mitnehmen durfte oder Handy und so weiter und halt keiner gemeckert hat. Weißt du, du konntest halt ... Also war halt alles erlaubt. Und das waren echt so die Klausuren, wo du dann echt immer sagst, da dachte ich so, alter Junge. Weißt du, so nur Wissen abfragen ist halt immer relativ easy. Aber das war dann immer so, anwenden, dann schwitzt du schon manchmal. Aber ... Und die Profs sind ja dann nicht doof, ne? Die nehmen dann nicht die gleichen Sachen, sondern Transferaufgaben, wo du dann natürlich dann mal zeigen darfst, was du kannst. Ja. Faireaufgaben. Ja. Ja, wo du das Wissen transferieren musst auf eine ... Neue Situation. Neue Situation, genau. Sag mal, warst du nie in der Schule, Mikkel? Mikkel, ich wollte gerade sagen. Mikkel, ich studier's auch. Ist lange her bei mir. Nee, Transfer, bla, ist eine Fachhochschule. Da ist alles praktisch. Transfer, ey, ich transferiere dich auch über den Reihen. Transferern kann ich nur von Fußball. Mikkel. Fußball. Aber so rein aus dem Lerneffekt her, finde ich heraus, ja so Transferaufgaben immer besser als dieses reine Wissen abfragen, wo ich mir immer denke, ja im Prinzip kann das auch ein Affe. Ja, das ist so. Das ist so keine richtige intellektuelle Leistung für mich, wenn einer halt irgendwie einfach nur ein bisschen was auswendig hat. Wir hatten mal eine Aufgabe, wo wir einen Jahresabschluss machen mussten, irgendwie im dritten Semester oder so. Und da ging es nicht darum, den Jahresabschluss zu machen, sondern alle 35 Schritte auswendig zu kennen. Wow. Und ich mir denke so, wow. Ganz ehrlich, wenn ich das irgendwann mal im richtigen Beruf machen muss und ich kenne die Schritte nicht, dann gucke ich bei Wikipedia nach, wer die 35 Schritte sind, ja. Die Schritte herauszufinden ist nicht das Problem, sondern das zu machen und die Regeln zu beachten, ist doch das Schwierige. Wir können ja jetzt hier auch ein bisschen herziehen über so Studien, wo man halt nur auswendig lernen muss. Was wollte ich jetzt auch gerade? So Medizin und Tiermedizin, weißt du? Da musst du nur stumpf auswendig lernen. Ja, das stimmt. Da musst du halt nix für können, ne? Da kriegst du halt so ein Schaubild von so einem Tier, wo dann alles irgendwie beschriftet ist. Genau, da musst du einfach die Organe und Knochen lernen. Linker Knochen, rechter Knochen. Aber ist das nicht auch wichtig? Weil das spart ja später eine Unmengen an Zeit. Ja gut, das stimmt, aber auf der anderen Seite musst du ja auch sagen, wenn du die Anwendung kannst, dann kannst du ja davon ausgehen, dass du auch weißt, wo die Sachen sind. Weißt du, juck doch nicht, wie die Leber heißt. Hauptsache du weißt, wie du sie rausschneiden kannst. Genau. Ist ein Arzt anwesend? Ja, ich kenn mich da aus, ich krieg das da raus. Was muss man denn machen? Ja, ich hab keine Ahnung, wie das heißt. Nein, das ist natürlich, aber Fakt ist doch, wenn du halt einfach nur ein Schaubild hast und dann halt die Knochen einzeichnen musst, ist das deutlich leichter und meiner Meinung nach noch weniger praxisorientiert, als wenn es heißt, okay, deine Aufgabe ist, hier hast du von mir aus ein totes Versuchstier und jetzt schneid doch mal bitte, und dann sagt er dir einfach nur, schneid doch mal bitte Knochen, keine Ahnung, geht es hier laterisch. Ja, einfach wieder. Lateinischen Namen einfügen, den heraus. Okay, warte, ich guck uns auf Wikipedia. Ach, das Ding. Ja, genau, aber die Sache ist halt die, bei einem echten Tier das dann auch noch zu sehen und zu erfüllen, ist ja, glaube ich, auch noch mal was schwieriger, als das einfach nur auf einem Schaubild gesehen zu haben. Ja. Ich meine, wenn ich dir jetzt sagen würde, okay, hol doch mal bitte den Meniskus raus beim Knie und selbst mit einem Wikipedia-Artikel, wäre das wahrscheinlich für dich eine Sache, die dich durchaus von einer Herausforderung stellen würde. Ja, ich... das Richtige zu finden auch. Ist das doch nicht so, dass halt beides natürlich gleich wichtig ist? Ja, natürlich. Man sagt immer, dass das Trockene so langweilig... Wir sind ja, wir überspitzen ja jetzt hier gerade und ziehen ein bisschen über so komische Tiermediziner her. Ja, weil wir es können heute. Aber wir haben trotzdem Respekt vor... Was mich bei den Tiermedizinern ja wundert, eigentlich sollten die auch voll gut sein im Golf spielen, oder? Ja, das habe ich auch gehört, weil die ja mehr Zeit haben auch. Ja, genau, die haben viel Zeit und Ärzte golfen ja immer und so weiter, aber der, den wir kennen, der hat, ey, also der ist echt ein Lappen. Ist der überhaupt Team... Das weiß man dann nicht. Muss man doch die Golf-Prüfung ablegen. Die Platzreife, so sieht es aus. Das ist wichtig. Und dann kann er sich anschließend beneisen. Aha. Ah, schön, schön. Ja, cool. Das heißt, ihr hattet alle mehr oder weniger entspannte Wochen oder zumindest nichts, was mit einem katastrophalen Vorfall geendet ist, außer bei Sepp, der umziehen durfte. Ja, aber das war ja auch schon vorher bewusst. Da wusste ich ja, worauf ich mich einlasse. Aber gestern habe ich echt gedacht, so, boah, eigentlich... Eigentlich hättest du besser arbeiten können. Ja, da bist du halt nicht so im Arsch von, wa? Zieht da eigentlich jemand von euch nochmal demnächst um? Von dem Rest? Nicht geplant. Mikkel, nicht geplant, dieses... Das ergibt sich immer sehr spontan bei mir plötzlich irgendwie. Wenn du hier vorbei bist, dann eventuell mal gucken. Wo geht's denn? Nach Köln? Äh, eventuell, ja, muss ich gucken, was dann so ansteht. Ob ich dann schon entlassen bin oder wie auch immer. Immer gucken. Immer gucken. Und Dennis, bei dir, was war bei dir? Äh, meine Woche bestand daraus, dass ich, äh, außer bei der Daily Sheet-Folge heute keine Aufnahme machen konnte, weil ich aussah wie der letzte Motherfucker, weil ich mir richtig krass was zugezogen habe. Ich war, äh, letzte Woche bei, bei, äh, unter anderem habe ich Natschi besucht in Dänemark. Ach, ja, stimmt. Und, äh, habe mir einfach irgendwie den Shit des Todes zugezogen. Hast du da einen Hotdog gegessen? Was für einen Shit hast du dir da reingezogen? Ein Hotdog? Nee, ein Hotdog. Also, ich war, also ich war, also ich war nachher tatsächlich so krank, äh, wir waren am, am letzten Abend waren wir in so einer Pizzeria und, äh, wo man wohl irgendwie die, so eine richtig geile Pizza essen soll und ich hab, auf meiner war Knoblauch drauf und ich hab's nicht gerochen. Also wirklich. Und Spaß, ich hab die Pizza kaum geschmeckt. Das ist so krass. Ich hab nichts mehr in der Nase gehabt. Ähm, und ja, so ein Hotdog. Es gibt da so eine Hotdog-Bude, die angeblich den besten Hotdog, äh, Deutschlands oder Dänemarks macht. Ich weiß nicht mehr, was direkt an der Grenze ist. Äh, und da kostet dir der Hotdog dann auch irgendwie, ich glaub, 5 Euro oder so. Oder 4,50 Euro. Aber wenn's der Beste ist. Ja, genau. Und da dachte ich mir halt auch noch so, ist der halt der Beste? Weißt du, da kannst du's ja auch machen. Dann hab ich den, äh, dann wurde der halt so gegessen und dann denkst du dir auch so, jo. War's der Beste? Also, der war, der war, der war halt okay, ja. Ja, aber bei den Besten denk ich mir halt so, als kleines bisschen Orgasmus im Mund. Aber, ähm, naja, war halt irgendwie, äh, ist dann halt auch nicht so. Ich weiß nicht, ich mach ja relativ häufig in Dänemark Urlaub und für mich ist immer so, ich muss mindestens einmal im Urlaub da ein Hotdog gegessen haben. Auch wenn's nicht wirklich dolle schmeckt, so, ja. Kennst du diese Hotdog-Bude, die direkt an der Ostsee steht? Diese kleine mit diesem, äh, mit diesem Schild, äh, bester Hotdog in Dänemark oder dort? Nee, ich fahr immer gleich hoch in Norden. Also, ich bleib da nicht an der Grenze. Ah, okay, direkt ganz... Weil ich, ich wohne ja schon fast an der Grenze, das ist ja... Ja, okay, stimmt, das stimmt. Das macht natürlich dann, das macht natürlich dann Sinn. Ja, auf jeden Fall war das, äh, ganz lustig. Die Woche muss ich dann mich halt, äh, von einem Hotdog oder von den Essenssachen regenerieren. Machen die da irgendwie besondere Hotdogs oder warum ist das so besonders in Dänemark? Ist, ich, das ist so, weiß ich gar nicht. Müsste man vielleicht mal einen Dän zu fragen. Aber das ist irgendwie, da gibt's überall, so, weiß nicht, wie du hier Dönerbuden hast, hast du da Hotdog-Buden, so. Echt? Das heißt, okay. Ja, und da kriegst du natürlich dann nochmal andere Sachen, so. Aber irgendwie überall Hotdog... Der hat sogar, der Kiosk, der hat sogar einen Wikipedia-Einskracht. Da war ich. Ja, der heißt Anis Kiosk. Ist ein dänischer Inbestand, der am Fjord Davin in der Ortschaft Sonderhaven, äh, unweit von Flensburg, äh, liegt. Und, äh, die Geschichte ist dann halt, Ehrenpreis des Jahres. Kürt den Hotdog des Jahres im Rahmen des Food-Festivals in Arthus. Okay, cool. Arthus. Also ich war beim Ikea auch, äh, Hotdog essen und der war echt mal wieder so richtig ein-Euro-pappig, ähm. Oh, die Ikea-Hotdogs, ey, die sind auch hart an der Grenze. So sieht das Ding aus, ja. Alles klar, da war's. Alles klar. Da war ich, ja. Das ist ja echt noch fast Deutschland. Ja, wie gesagt, auf jeden Fall der beste Hotdog. Und ich, äh, du hast halt die Erwartungseite, du musst halt dementsprechend drücken, ja. Ja, das ist immer so. Und ich weiß auch gar nicht, ob man bei Hotdog sowas Specialiges machen kann, so, ne? Ja, weiß ich halt auch nicht, aber wie gesagt, da war das halt, also es schmeckt halt gut, aber es war halt nicht dieser Mundorgasmus, den ich mir vorgestellt habe. War das so ein schönes rotes Würstchen? Das war so ein schönes rotes Würstchen, ja. Das klingt so falsch. Aber da kommen wirklich rote Würstchen rein. Das muss man wissen. Okay. Was? Es gibt in dem Artikel den Würstchenkrieg. Was ist denn der Würstchenkrieg? Das war wahrscheinlich was. An der Straßenseite hat auch jemand was aufgemacht. Oh. Und die haben Burger-Frikadeln gemacht. Na, okay, gut. So, jetzt haben wir genug, wir haben von Andys Kirst gemacht, wenn ihr in der Nähe seid, könnt ihr mal vorbeifahren. Rein zuhörig, wer weiß, ob wir mal... Das ist lecker und geil. Bester Hotdog. Bester Hotdog in Dänemark. Da rollt der Rubel. Ja, genau, ist von den Russen aufgekauft. Angetiert worden. Ja, wie gesagt, ansonsten eine Woche hart gechillt. Zweimal musste ich mich diese Woche dann mit Tabletten vollpumpen, weil ich ein paar Termine hatte, die ich wahrnehmen musste. Und du merkst halt, wenn du so einen Tag hast, dass der Tag drauf schlimmer ist. Ja. Auf jeden Fall. Also zumindest bei mir so. Ich bin nicht so mega oft krank, aber das habe ich gemerkt. Das hat mich voll aus der Bahn geworfen. Also Dienstag, wie gesagt, habe ich mich dann so hochgedopet quasi. Und dieser Abend kam ich nach Hause. Ja, und dieser Abend kam ich nach Hause und dachte so, Boah, Alter, komm, ich sterbe jetzt einfach hier in Ruhe. Und keiner muss mich mitleiden. Das ist halt echt nur dopen. Das ist nur so ein Tag und dann zögerst du es raus und am nächsten Tag erwischst du dich dann richtig. Ja. Das war nicht gut. Ich glaube auch, dass das Ganze nochmal so drei Tage dann quasi verlängert hat. Ja, das kann sein. Das kann sein, ja. Weil du dich dann irgendwie noch schlechter fühlst. Ja. Deswegen für alle, wenn ihr mal krank seid, wenn man mal krank ist und wirklich und nicht diese gefekten Krankheiten, dann gönnt euch auch mal die Ruhe. Das ist vernünftig. Das ist wirklich gar nicht so verkehrt. Ich kann da jetzt gerne eine Ausholen und eine Geschichte erzählen, wenn ihr wollt. Was denn? Meine Mutter arbeitet als Betreuerin in einer Behindertenwerkstatt und die haben da auch so ein paar Schwerfälle. Und da sitzt einer im Rollstuhl, der kann nichts mehr machen, der kann nicht mal mehr irgendwie nicken oder so. Und der war früher mal, ich weiß nicht, ich glaube, der hat Basketball irgendwie in der zweiten Bundesliga gespielt oder so. Und der hat nämlich eine Erkältung verschleppt. Echt? Und das hat den richtig... Das hat dann irgendwie den Herzmuskel infiziert oder so, keine Ahnung, oder entzündet oder sowas. Und jetzt sitzt der eben, ist der so ein Pflegefall. Aber wenn du eine Lohnungszündung hast oder so, ne? Da kannst du mal sehen, weißt du, für eine fucking Erkältung. Ja. Also manchmal kannst du echt Probleme haben. Da sollte man durchaus sich ein bisschen zurücknehmen, auch Sport sein lassen dann in der Zeit. Ja. Bruder, wie vielen Leuten du jetzt Angst gemacht hast, die jetzt gerade in dem Podcast hören. Das ist ja auch so. Du denkst so, ich muss zu Hause bleiben, ab ins Krankenhaus. Man sollte auch nie seine Symptome bei Google googeln. Also immerhin Tumor. Ja, das stimmt. Ich hab das tatsächlich aus Spaß gemacht. Und wie gesagt, ich hab halt aktuellen Schnupfen und mittlerweile ist Aufsteig-Nas-System. Aber morgen bin ich komplett durch. Und wenn du das trotzdem googelst, ja, ich hab halt Erkältung und mit Taten halt, wie man das halt kennt, wenn man halt irgendwie so Grippe hat. Und einem tun mir dann die Beine und Arme so weh. So Gliederschmerzen halt üblich. Und wenn du danach googelst, ja, das könnte eine Nervenendenstörung sein, weißt du. Muss da aufpassen. Könnte irgendwie ein Tumor im Hypocampus sein, der dann, oder Hypothalamus sein, der dann irgendwie dafür sorgt, dass deine Nerven falsche Reize aufnehmen. Und so, okay. Aber vielleicht hab ich auch einfach nur einen Scheiß-Schnupfen. Ja, das ist ja die Gefahr. Das hat man, glaub ich, schon mal, wenn du dann halt googelst nach Krankheiten oder was du hast, so Ausschlag irgendwo, so wie Pedamer. Und dann hast du direkt alles Mögliche, alle Geschlechtskrankheiten, hast Krebs und alles, ne. Das ist wirklich so. Ja, das ist... Du sprichst mit deinem Leben abgeschlossen einmal, nachdem ich Symptome gegoogelt habe, haben mir den Finger geschnitten. Ist das gefährlich? Krebs. Ja, das ist halt, es gibt ja dann tatsächlich so Fälle, wo sich dann irgendjemand auf der Welt mal in den Finger schneidet. Und dann kommen da irgendwie von mir aus fleischfressende Bakterien rein. Und die fressen ihm den Arm weg und danach stirbt der, ja. Das ist dann in, von allen Fingerschneid-Vorfällen auf der Welt einmal in einem Jahr oder so ungefähr. Also so eins zu einer Milliarde. Und trotzdem googelt natürlich jeder nur nach diesem Scheiß-Fall. Und jeder denkt sich dann, fuck, ich hab mir den Finger geschnitten. Erstmal so eine Flasche, so eine 1,5 Liter Flasche Jod nehmen, meist nur mit den Finger laufen lassen, um das zu desinfizieren. Und da kannst du, ja. Ich frag mich auch, wie das ist, wenn man Arzt wird, ich glaub, wenn du gerade Arzt wirst, dann hast du am Anfang so voll die, ähm, hypersensible Phase und du siehst halt überall nur die Todeskrankheiten. Ja, so wie bei Dr. Howes dann. Genau, und ich glaub, du brauchst halt erst so 5, 6 Jahre oder so in der Reihe zu kommen, um zu wissen, okay, du weißt zwar, was es alles gibt, aber die Wahrscheinlichkeit ist halt super gering. Aber am Anfang, ja. Nee, würd ich mir wahrscheinlich immer denken, irgendeiner hustet. Oh Gott, Lungenbully. Lungenkrebs. Oh Gott. Haben sie ja ein Testament schon geschrieben. Ja. Oder hat jemand genießt. Oh, hier in Wasser ist entflossen. Ich weiß es ganz genau. Oh Mann. Oder der muss stark niesen. Oh, der ist bestimmt nach Knieberschnitz gelebt, wir haben einen Säulenbruch oder so, das ist scheiße. Oh, da ist ein Fleck auf meinem Röttgenbild. Ach nein, das war nur Ketchup. Cool, aber jemand Ambition von euch Arzt zu werden, hatte keiner, oder? Nee. Jetzt nicht mehr. Jetzt. Dafür war ich immer zu dumm. Nee, ich war dafür immer, was denn, Biologie haben wir schon, haben wir Tiere immer seziert und Jay fand das immer voll geil als einzigster, glaube ich, und alle anderen immer so, äh, wah, irgendwie so ein Frosch aufschneiden oder so, konnte ich irgendwie nicht. War nicht so meins. Nee, mir wurde auch immer schlecht bei irgendwie. Was hattet ihr? Hattet ihr das alle? Ich hatte das auch. Also ich hab, äh, wir haben. Ich musste niemanden aufschneiden. Wir hatten tatsächlich im Bürounterricht mehr, mehr, äh, Seziervorgänge als nur einen sogar. Das ist ziemlich cool. Wie gesagt, wir hatten Hundehoten hatten wir, wir hatten eine Leber, eine Niere vom Schwein und wir hatten mal einen ganzen Schweinefuß, wo wir die Sehne rausschneiden durften, haben wir damit rumgekletzt und, äh, Schweinefußteile durch das Klassenzimmer geschossen. Krass. Dann hat man Schweinehirn, das durften wir immer sezieren. Ich weiß noch heute, wie das, wie das gerochen hat, da wird mir heute noch schlecht von. Das ist echt krass. Also am ekligsten fand ich die Niere. Niere fand ich echt eklig vom Geruch. Das war richtig so, boah, boah, Alter. Aber krass, dass ihr das alle hattet. Ich kenn das nicht. Ich kenn das nur auf dem Fernsehen. Wir durften damals sogar noch unser eigenes Blut abnehmen für die Blutgruppenbestimmung. Alleshaft? Ja. Das ist aber auch ganz schön, da hat man da gerätst. Mit einer stumpfen Nadel. Dürften, durften, ja, nicht müssen. Einmal die Nadel weitergeben, bitte. Ne, ne, da wurde schon drauf geachtet. Aber das weiß ich halt auch, das war voll fasziniert, unter dem Mikroskop mal das eigene Blut zu sehen und dann halt abzuchecken. Äh, woran man das denn erkennt. Woran erkennt man das, Bram? Äh, ja, der Resusfaktor zum Beispiel war dann tatsächlich so super simpel, dass wenn du ein Mikroskop hattest, was so stark vergrößern konntest, dass du Blutplättchen sehen konntest, hast du halt, äh, Blutplättchen ohne Resusfaktor waren halt glatt und Blutplättchen mit Resusfaktor waren halt so, äh, wie so eine Raufasertapete, sag ich mal. Ja, wobei, das ist ein schlechter Vergleich. Egal, so in die Richtung ungefähr. Ja, aber trotzdem, wenn du es siehst. Also man sieht's auf jeden Fall, äh, ziemlich eindeutig. Hätte ich nicht gedacht. Also selbst ein Ungelernt hat, würde sagen, da ist irgendwas unterschiedlich. Ich kann dir vielleicht auch nicht sagen, was, aber, äh, also ich kann dir halt sagen, was unterschiedlich ist, aber nicht, was das bewirkt. Das war halt interessant. Und dann halt auch, äh, welche Blutgruppen man hat. Ähm, das war, das war interessant, das auf jeden Fall mal, mal, äh, mitgekriegt zu haben. Mittlerweile gibt's da Kunstblut für bei uns an der Schule, das weiß ich. Ja. Aufgrund von hier, Krankheitsverursachung und so, darfst du das halt nicht mehr. Ja, ja. Die Nadel darf halt nicht runter, rumgehen in Dalu, das ist nicht wie bei dir. Echt? Das ist also nicht mehr erlaubt heute? Nee. Oh, okay, muss ich mal aufpassen. Du sollst auch immer eine saure Spritze nehmen. Das, das Geld ist immer das Problem. Es gibt tatsächlich in irgendeiner Stadt in Deutschland so einen Spritzenautomat, wo du oben, wenn du eine alte Spritze reinschmeißt, unten eine Frische kriegst. So Pfandsystem mäßig. Oh, Pfand, Pfandspritzen bitte abgeben. Na wirklich, also die Sache, die... Was willst du denn mit den Spritzen machen? Ja, für halt Heroin. Also die Sache ist halt die, die Problematik ist halt so groß, dass sie der Drogenpolitik nicht Herr werden, aber dann zumindest die Krankheiten eindämmen wollen. Das ist ein sehr interessanter Ansatz. Ja, ich meine... Die Frage war auch gut, was will man mit den Spritzen denn machen? Was macht man denn da? Nee, ich meinte eher, was macht man denn mit den Gebrauchten? Also wie kann man die denn wieder verwerben? Ja, die werden dann wahrscheinlich gereinigt, professionell. Okay. Ich meine, das geht ja... Aus welchem Viertel kommst du nochmal? Nee, bei mir im Viertel geht's... Ich hab das nur gesehen. Also im Fernsehen hab ich das nur gesehen. Das fand ich halt einfach mal interessant zu sagen. Es gibt auch zum Beispiel in Österreich an Diskotheken, das ist auch kein Spaß, da kannst du vor vielen Diskotheken deine Drogen abgeben und die werden dann halt analysiert auf Reinheit, dann bekommst du die wieder und auf so einer anonymen Liste steht dann drin, weil du halt eine Nummer gekriegt hast, innerhalb des Clubs, ob die Drogen halt eine Freigabe kriegen würden, weil die halt mit Ausnahme der drogentypischen Nebenwirkungen keine weiteren haben. Und der Sinn der Sache ist dahinter halt, dass die Leute halt keine verschmutzten Drogen nehmen, weil die sagen sich halt auch, die Leute nehmen sowieso LSD, da können wir die wenigstens davor schützen, irgendwelchen gestreckten Scheiß zu machen. Okay. Und was dadurch halt dann zumindest entstanden ist, ist halt eine Reduzierung von Drogentoten. Wenn die analysiert werden und die dann für schlecht empfunden werden, kriegen die Leute die dann trotzdem zurück? Oder werden die dann einbauen? In Knast. Nee, nee, also in Knast kommt... Nee, also in Knast kommt, wie gesagt, das Ganze ist halt strafrechtsneutral, aber das weiß ich gar nicht, ob die dann wiederkriegen. Ich weiß halt nur, dass in einem Club dann halt so Listen ausgehangen werden und die Clubs machen das halt auch mit, weil die damit halt gute Erfahrungen gemacht haben. Weil die Sachen halt, diese Party-Drogen und so weiter, kriegen die so auch so nicht weg vom Markt. Was halt dann noch interessant war, ist, dass der Bericht hat weiter gemeint, dass halt gerade viele junge Geschäftsmänner wohl dazu greifen. Und das tatsächlich nur eine Phase für die ist. Also, ja genau, tatsächlich eine Phase ist, dass halt, ich weiß nicht mehr, ein hoher Prozentsatz auf jeden Fall irgendwie in die, ich weiß nicht mehr, 95, 98 Prozent oder so, der Leute das tatsächlich nur als, so verwenden wie halt ein Durchschnittstyp auch Alkohol. Weißt du, alle paar Monate gehe ich halt mal einen saufen und die sagen so, alle paar Monate gehe ich mir halt und gebe mir halt irgendwie zwei, drei LSD-Dinger und dann geht's halt los. Krass. Ich sag mal so, also der Drogenkonsum quasi in einem gesellschaftlich akzeptierten Rahmen, so nach dem Motto, so komm, einmal gebe ich es mir jetzt und dann ist halt erst mal wieder Pause. Und da sagten ja, gerade gegen diese Gelegenheit oder Party-Konsumenten kommst du halt gar nicht an wohl, das ist wohl halt noch schwieriger als so, denen zu helfen, die halt abhängig sind, weil die, die abhängig sind, das sieht man den Leuten meistens auch an, weil die halt ihr Verhalten ändern und so weiter. Also das ist halt einfach, das ist nicht einfach, aber einfacher. Aber diese Leute, die das halt nur so aus Just for the Loals machen und damit auch keine großen Probleme haben, bei denen kriegst du das quasi gar nicht mit. Weil die schmeißen sich halt einer ein, sind dann von mir samstags im Arsch, weißt du, regenerieren sich sonntags noch und gehen halt montags wieder zur Arbeit. Und dann arbeiten die zwei Monate und dann gehen die halt wieder feiern und schmeißen sich wieder, keine Ahnung, Existory rein und dann geht's weiter. Und das heißt, die stellen auch kein Problem irgendwie für die Gesellschaft da. Aber, äh, und für gerade das sagen die, dann können die halt wenigstens dafür sorgen, dass halt niemand daran krank wird. Ja, trotzdem ein heikles Thema, aber interessante Ansätze, ja. Ja, ist ein mega heikles Thema auf jeden Fall, aber auf der anderen Seite ist es halt auch so, so mal realistisch. Was willst du dagegen tun? Das ist so ein bisschen so, es gibt jetzt mittlerweile in, ich weiß nicht, ob es bundesweit ist, aber in NRW auf jeden Fall in manchen Städten, ähm, extra ein Programm, was mit Obdachlosen ist, ähm, wo die Obdachlosen halt für, die kriegen dann halt Bier. Stimmt, das kann mich auch. Und ein bisschen, äh, äh, ich glaub, äh, die Straße kehren oder sowas. Ja, ein bisschen Geld noch, also Bier. Ähm, genau, irgendwie ein Euro und ein Bier oder so, wo die gesagt haben, ja, warum nicht, gut, die sind eh abhängig, äh, machst du eh nix, ob dir sich das Bier jetzt da holt oder da. Ich weiß noch, in Essen war das, und die haben, und Essen hat dafür mega Flack gekriegt, dafür, dass die Obdachlosen halt Bier ausschenken. Wo sich halt Essen dann halt so gerechtfertigt hat, meint so, ja, wow, wenn wir das Geld geben, geben die das halt für Bier aus. Kann ich dann auch direkt Bier geben. Nach dem Motto. Also, deswegen so die Ansätze ist halt immer so, da gibt's halt auch hunderttausend verschiedene Meinungen natürlich, die einen sagen halt, klar, das ist eigentlich dann logisch, so, warum denn nicht? Äh, die anderen sagen, nein, das geht nicht, äh, man muss denen doch Leuten immer helfen und so, und, ja, die Moralkeule in solchen Bereichen ist natürlich auch immer riesengroß, auch wenn's selber keiner was tut. Ja. Aber dann hast, ich glaub, mit dem, mit dem, äh, Verknüpfer dann auch so ein kleines Anti-Alkoholiker-Programm. Ja, genau. Ich mein, ich dachte, die das dann auch nebenbei versuchen dann ein bisschen zu reduzieren, halt kontrolliert dann, äh, den Alkohol zu geben und nicht diese offensichtlich den ganzen Tag Jogofreur. Finde ich ja auch, ich weiß nicht, äh, auch so beim Thema Gras eigentlich gar nicht so verkehrt, ne, dass man lieber versucht, das kontrolliert zu machen. Ja. Als wenn man dann irgendwie das alles in so einen Schwarzmarkt drängt, das alles illegalisiert und so und du da keine Kontrolle mehr drüber hast. Also, die Leute werden sich's ja so oder so holen. Und dann soll der Staat doch lieber irgendwie da eine Hand drauf haben, anstatt wie jetzt irgendwie ganz viel Geld für Gefängnisse und für Strafverfolgung auszugeben für so, so, ja, Bagatelldelikte. Aber, aber, zieh das mal lang. Also, wirklich so, zum Beispiel, ich hab zum Beispiel auch mal, äh, in irgendeinem Piedcast kam mir mal die Idee, warum legalisiert der Staat denn nicht einfach alle Drogen? So kann man zumindest, also für die, die Drogen nehmen, die haben dann zumindest die Gewissheit dahinter, dass die halt immer sauberen Stoff kriegen. Und dann, äh, das war so die eine Sichtweise, die ich hatte. Die andere Sichtweise, die ich mir dann dachte, ist so, okay, wenn das aber legal ist tatsächlich und ich halt in eine Apotheke gehen kann und sag einfach, ich hätte gern von mir aus zwei Gramm Gras, dass das bei Gras von mir ist noch so, hm, okay, weißt du, das vergleiche ich aber mit Alkohol, man sollte natürlich nicht Auto fahren, so Geschichten, aber wenn man sich halt mal von mir aus den Freitag einen durchzieht, ist das halt genauso selbstzerstörerisch, wie als wenn ich halt Alkohol trinken würde und wenn ich halt, solange ich nicht jemand anderem an die Kehle springe, ist halt cool. Weil selbstzerstören, Gott, muss halt jeder selbst wissen. Aber was ist, wenn ich dann halt auch die Möglichkeit habe, mit 18 in die Apotheke zu gehen und sage, ich hätte gerne eine Spritze Heroin? Aber wo ist dann die Grenze irgendwann, ne? Ja, aber ich glaube, es geht nicht mal allgemein nur darum. Alleine dadurch, dass es nicht legalisiert wurde, hast du auch immer noch Leute, also klar, jeder, der irgendwie da will, kann, aber wenn es jetzt legal wäre, würdest du Leute auch dazu bekommen, Drogen zu nehmen, die vielleicht niemals Drogen nehmen würden, weil sie sagen, nee, würde ich zwar schon gern ausprobieren, aber ist vielleicht nicht legal, will ich nicht, mache ich nicht. Was ja auch gut ist, aber dadurch würdest du ja auch wieder viel neue, sage ich mal, Drogenkonsumenten bekommen, die sonst nie mit Drogen in Kontakt kommen würden. Ja, genau. Das ist bloß eine falsche Diskussion, weißt du, bei uns so in Deutschland, so Bier ist so das große, geile Ding irgendwie, was ja an sich auch nichts anderes ist als eine Droge. Alkohol ist es auch nicht gesund, aber das wird eben so auch im Fernsehen immer so gefeiert, so gerade die Bayern sind da ja sehr stolz drauf, dann geht es um irgendwie Gras oder so und da tut gleich jeder, als wäre es Teufelszeug. Und das finde ich, ist so eine Moral, die wir haben einfach. Der Vergleich hinkt vor allen Dingen, wie gesagt, wenn du dir den Drogenindex anguckst, dann müsstest du zum Beispiel, wenn du rein nach diesem Drogenindex gehst, müsstest du zum Beispiel LSD und Exorcie legalisieren, weil die halt weniger gefährlich sind als Alkohol. Also rein für den menschlichen Körper jetzt und das halt dann wieder so, hm, ja, schlag das mal der Kanzlerin vor. Ja, man kann einfach sagen, was zuerst kam, ist halt zuerst da gewesen. Ja, genau, das ist traditionell. Ja, bei uns war Alkohol zuerst da und wenn du dann jetzt noch eine andere Droge noch mit dazu nimmst und so weiter, so, ja, Bier ist ja jetzt schon legal, haben wir jetzt schon durch. Ich glaube, wenn das von Anfang an anders gewesen wäre, würde das auch heute anders aussehen. Ich denke auch, es könnte auch so aussehen, dass jetzt so Gras ganz normal wäre und dann so, oh, Alkohol ist auch kein Kreise. Sie verkauft hier Bier. Ja, genau so. Aber auf der anderen Seite, wenn du zum Beispiel nach Holland gehst, wo ja zumindest die Duldung von Marihuana ja da ist, wie gesagt, die Rechtslage ist da ja auch ein bisschen konfus, aber okay, dann stellt sich halt auch die Frage, gibt es eigentlich überhaupt eine Problematik? Ich meine, wie gesagt, ich war, wie gesagt, vor kurzem, war ich erst wieder da, ein paar Freunde besuchen und so weiter und dann läufst du halt durch am Rembrandtplatz rum und ja, du riechst halt überall und es gibt halt auch an jeder Ecke so einen Coffeeshop und die Frage ist dann halt, die sich mir stellt, entsteht dadurch eigentlich überhaupt eine echte Problematik? Also das kann ich halt gar nicht einschätzen oder ist das halt so, ja, okay, cool, da geht halt einer, ob der jetzt da reingeht oder ob der einladen links oder halt in die Kneipe geht. So, where's the difference, weißt du? So zusätzliche Problematiken, das kann ich halt nicht einschätzen und da kann man sich auch fürstlich drüber streiten. Allein der wirtschaftliche Faktor, ich meine, wenn Gras jetzt legalisiert werden würde und das so besteuert wird wie Zigaretten, ich meine, die Tabaksteuer ist ja die höchste Steuer in Deutschland mit Abstand, glaube ich zumindest und da wird der Staat ja auch. Lassen wir es doch einfach bei unserem Halbwissen hier. Also da kann ich, weil ich jetzt nicht, Mehrwertsteuer, Mehrwertsteuer, Ökosteuer und dann kommt Tabak. Okay, auf jeden Fall, also da, da wird man ja auch wieder wirklich viele Einnahmen generieren. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie viele, ja, Kosten das mit sich bringen würde, wenn man Gras jetzt legalisieren würde, was man sonst nicht hätte. Ich weiß jetzt nicht, würde mir jetzt nichts einfallen, aber ja, genau, so was. Da ja noch einiges anfallen. Stimmt, da müssen ja auch wieder ganz andere Sachen noch wieder aufgestellt werden oder überhaupt beachtet werden und so. Ich glaube, da hängt noch ganz viel mit hinter. Ich glaube, allein die Tatsache, also jetzt auch wieder gefällig ist, ist es nicht so, wenn man raucht und nebendran sitzt, dass man dann auch heil werden kann durch den, äh, ich meine nicht. Ach, meinst du nicht, dass, meinst du nicht ein bisschen, also, dass es auf die Menge ankommt? Ich meine, wenn jemand neben dir sitzt und so ein Lagerfeuer mit Gras macht, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass da heil wird. Aber wenn jemand neben dir sitzt und zieht er in einem Joint, dann inhaliert er das Ganze und dann müsste der doch eigentlich theoretisch gesehen den größten Teil des THC aus dem Rauch ja quasi selber aufnehmen. Okay, dann bleibt ein Rest übrig. der verteilt sich mit der Luft, den du wiederum passiv einatmest. Also ich glaube, da müsstest du schon einige Male atmen. Aber das ist genauso wie mit der Zigarette. Ich meine, da beschweren sich ja auch voll viele, ja, ich möchte nicht irgendwie, dass neben mir jemand raucht, weil ich dann passiv rauche. das wirst du haben. Ja klar, aber ich meine gut, dann kannst du halt sagen, gibt es halt von mir irgendwelche Raucherclubs und dann ist das dann halt cooler, ansonsten herrscht halt Rauchverbot. Ja, aber sowas ist halt bei Alkohol nicht der Fall, ne? Also da kann man jetzt nicht betrunken werden, nur wenn, nimm dir jemand ein Bier trinkt. Gut, aber wie gesagt, dann nimm von mir aus nicht Marihuana als Rauchmittel, sondern dann machst du halt einen Kuchen draus. Okay, dann ist er Marihuana-Kuchen. Ja, ich meine ganz ehrlich, da hast du, da hast du nicht das Problem, dass jemand, ist ja nicht so, dass er einen Kuchen isst und einer sitzt daneben und hat passiv ein Stück gegessen, weißt du? Oh, da ist ein Krüppel runtergefüllt. Ja, und dann schnappt er den mit der Zunge wie so ein Chamäleon weg. So wie bei Peter in den Müll einmal. Oh, da ist so ein Pizzabräutchen. Butterbrauch und Gras drin. Also deswegen ist echt, also so Drogenproblemat, das Problem ist halt, wir hatten uns da vor Jahren, auch mal in der Adventure, haben wir wirklich lange drüber unterhalten, dass ich mir halt auf der einen Seite immer denke, ja warum denn nicht? Auf der einen Seite kann ich halt nie den Rattenschwanz einschätzen. Wie gesagt, wie gefähr, oder wie sehr wären wirklich so die Konsequenzen, wenn man jetzt von mir aus Marihuana erlauben würde. Ich meine, okay, es würde Arbeitsplätze schaffen, es würde Steuern da machen, aber wie viel Gegenkosten würden entstehen? Wäre das mehr, wäre das weniger? Also quasi, wäre das worth? So, das ist die Frage. Ich glaube, bei unserer Bürokratie würden wir es hinbekommen, dass es teurer wäre, weil dann natürlich alles irgendwie festgehalten wird, wer wie viel Gramm gekauft hat, in welchem Laden und so. Aber ich denke, alleine, was wir so für die Strafverfolgung und so ausgeben, wegen so ein paar Gramm immer, das kostet uns ja schon so viel. Und dann macht ja auch keiner. Polizisten sagen doch auch nicht, wenn du so ein Blättchen hast. Boah, musst du mal gewisse Blogs lesen, so Lawblog oder so von Udo Vetter. Der regt sich da regelmäßig drüber auf, dass dann irgendwelche Mandanten von ihm wegen ein paar Gramm irgendwie verfolgt werden und dann gibt es eine Anhörung und das Haus wird durchsucht und so. Also da wird so viel Zeit mit verplempern, meines Erachtens. Du musst ja aber auch irgendwo diese Grenze setzen. Wenn es heißt, es ist komplett verboten, dann sollte es auch komplett verboten sein. Nicht so wie, ja, aber ich habe da ja nur ein bisschen dabei. Ja, aber das ist ja jetzt schon nicht der Fall. Ich meine, zum Beispiel in NRW hast du eine Freimenge von 21 Gramm und Freimenge heißt ja nur, bis zu 21 Gramm kann von einer Strafverfolgung abgesehen werden. Ich meine, was ist das denn bitte für eine weiche Regelung? Ja, da ist es jetzt okay, wenn ich jetzt für mich selber und ich möchte es nicht verkaufen und ich möchte es niemandem anreden, sondern ich fahre nach Holland, kaufe mir von mir aus einen Joint, weil ich mich Freitagabend bei mir vor dem Fernseher setzen möchte und möchte mir den in Ruhe genießen mit meiner Freundin von mir aus, die auch das macht, ja, damit wir jetzt auch in einem Szenario sind, wo keiner irgendwie auszusehen passiv raucht. Bin ich dann gesellschaftlich so ein Motherfucker, dass es worth ist, dass wenn ich über die Grenze fahre und mich der Polizist anhalten sollte, der mir nicht nur das Ding abnimmt, sondern die Strafverfolgung kommt, die mein Haus durchsuchen, weißt du, und da komme ich im Zweifel noch drei Jahre in den Knast, weil ich halt alleine zu Hause mit meiner Freundin mir einen Joint rauchen wollte. Ja, das kann ja passieren. Ja, aber die Sache ist ja, ne, ist es Regel, Regel ist Regel und dann ist halt natürlich auch das kleinste Verbrechen ein Regelverstoß. Schwierig. Ja, ich verstehe, was du meinst, aber ich denke immer, nur weil jemand mal diese Regel aufgestellt hat, muss man sie auch mal irgendwann hinterfragen dürfen, ob sie denn noch sinnvoll ist. Ja klar, hinterfragen ist ja auch alles schön und gut und ich denke auch, dass wir viele Regeln haben, die wir irgendwie wahrscheinlich heutzutage geändert hätten und wo sich auch glaube ich jeder einig wäre, aber wer will derjenige sein, der das dann jetzt auch endgültig mal macht? Ja, und das wird so krasse gesellschaftliche Sachen werden. In der Merkel wird es wahrscheinlich niemals passieren. Ich frage mich halt zum Beispiel, ob nicht sinnvoll wäre, von mir aus Gras als Ordnungswidrigkeit zur Hand haben, also bis zu einer gewissen Menge. Wenn einer mit einem Joint oder zwei über die Straße läuft und die Polizei kontrolliert von mir aus, dann haben sie Gras dabei, dann sagt er, yo, dann sagt er 60 Euro und ich konzestiere das und dann ist es halt gut. Dann wird das halt nirgendwo vermerkt, sondern dann hast du halt eine Ordnungswidrigkeit begangen wie falsch parken. Und von der Schwere des Vergehens her wäre das halt für mich durchaus vergleichbar. Idee dahinter ist gut, aber das ist so, ich weiß nicht, wie man das vergleichen kann. Das kann es auch wieder ausnutzen. Ich glaube, das Problem ist immer, ich glaube halt, das Problem sind nicht die Leute, die halt wirklich sich alleine hinsetzen, Freitagsabend mal einen Joint rauchen und sagen, alles klar, du weißt, du hast darauf geschissen, ich mache jetzt mit einem Wochenende. Das sind ja auch nicht die, die machen ja auch keine gesellschaftlichen Probleme. Das heißt, da interessiert es in der Stadt, glaube ich auch gar nicht. Ich glaube, das Problem ist, wenn du so eine Regelung machen würdest, würden irgendwelche findigen Kriminellen wieder auf die Idee kommen und wenn 1000 Männern die ganze Zeit über die Grenze laufen und jeder wird die ganze Zeit nur sagen, ja, ohne Spaß, die verrücktesten Ideen, weißt du, und würde die ganze Zeit sagen, ich habe doch nur einen Joint dabei und dann würden die halt nichts anderes machen, als die ganze Zeit über die Grenze laufen und wieder zurück und wieder hin und wieder zurück. Das stimmt. Und dann würdest du quasi vielleicht im Schmuggel und so wieder Tür und Tor öffnen. Auf der anderen Seite können sie das natürlich komplett vernichten, indem du es einfach legalisierst und in eine Apotheke gehen kannst, kannst du dir kaufen. Das ist halt echt so, super schwer. Das ist ein schwieriges Thema. Aber genau, die Frage wäre doch mal einfach mega interessant, wie ist denn eure Einstellung dazu in hier anwesenden Drogen, also zum Beispiel geben wir Marihuana, Marihuana legalisieren oder nicht? Ja, also ich würde sagen, ja, ja, ist das egal. Tankiert mich nämlich nicht. Es gibt halt, weißt du, der Grund, glaube ich auch, warum das nicht angegangen wird, ist einfach, weil es wichtigere Sachen gibt. Ich finde das jetzt kein großes, wichtiges Thema, was jetzt unbedingt gemacht werden muss, aber wenn es dazu kommt, dann hätte ich nichts dagegen. Aber ich finde jetzt nicht, dass nicht eine Politik ausschließlich darauf spezialisieren sollte, Marihuana zu legalisieren, weil wir haben momentan echt andere Probleme, glaube ich. Das stimmt. Ich glaube aber nicht unbedingt, dass es nur daran liegt, dass es wichtigere Themen gibt, sondern auch die Tatsache, dass wenn es jetzt entschieden werden würde oder angegangen werden würde, wird das, was dann daraus allgemein entsteht, viel größer werden und dadurch fehlt halt die die heutige Zeit für wichtigere Dinge. Also wenn man jetzt einfach sagt, ja, ich bin jetzt eigentlich dafür, dass legalisiert werden soll, dann gibt es erstmal wieder den Riesenaufschrei von den Leuten, die dagegen sind und das schaukelt sich dann so hoch, dass es einfach viel zu lange dauert und ich glaube, das will sich auch keiner antun. Aber die Vorratsdatenspeicherung wird doch auch erlaubt, da sind auch voll viele gegen oder in Stuttgart, das mit dem Bahnhof, da waren auch voll viele gegen. Dafür ist dann ja offensichtlich Zeit da und damit kann man sich dann um die Politik auch auseinandersetzen. Das sind dann immer so Sachen, was der Politik am meisten bringt, so habe ich zumindest das Gefühl und das bringt halt eher offensichtlich den Bürgern was. Ja, wir haben ja auch eine sehr konservative Regierung, selbst die SPD ist ja mittlerweile doch eher eine CDU geworden und dass die sich an dem Thema nicht die Finger verbrennen wollen, ich glaube, das wundert uns ja alle nicht. Aber da will ja keiner quasi, ne? Ja. Das ist eben noch viel zu heikel. Das sind nur die Grünen, die Grünen wollen das grüner Luka-Liste. Das machen die Grünen, ja. Sehr schön gemacht. Ich weiß gar nicht, sind die dafür? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall der, wie hieß der, Özdemir, der Chef der Grünen. Der Chef. Der hat ja, habt ihr es mitgekriegt eigentlich, als er da auf den Balkon gestand mit der Handpflanze. Echt? Ja genau, also du musst dir vorstellen, der hat ein Foto gemacht, ja, mit einer Handpflanze im Hintergrund und hat tatsächlich das Parlament sich die Zeit genommen, darüber zu diskutieren, ob dem Abgeordneten jetzt die fucking Immunität entnommen werden soll, ja. Für den, wo ich mir denke so, Jungs, ja, da habt ihr dann irgendwie drei Arbeitstage von euren 220 im Jahr mit verschwendet, für die Scheiße, ja. Könnt ihr euch nicht mit echt Problemen auseinandersetzen? Das ist aber wichtig. Oh Mann. Naja, ich verstehe schon. Ja, okay, wir gehen an dieser Stelle ganz kurz in die Werbung und bis gleich. Tschüss. Äh, Tschüss. Hey, Timmy, hast du Pits mit schon mal auf der Gamescom getroffen? Näh, ist doch viel zu voll da und die stinken eh alle. Was ist, wenn ich dir sagen würde, dass die auf Tour gehen in 2016? Dann würde ich dir sagen, dass ich viel lieber meiner Mutter mal richtig nageln würde. Ach, Timmy, und was ist, wenn ich dir erzählen würde, dass die voll das coole Programm vorbereitet haben und in jeder Stadt coole Gäste haben? Dann würde ich dir erzählen, dass ich viel lieber einsam und verlassen in meinem Keller am Meff-Schnüffel. Ach, Timmy. Na gut, wenn du dich umentscheidest, ja, auf pitsmeet.de slash tour kriegst du alle Informationen. Das geht am 21.06. in Hamburg los. Also pitsmeet.de slash tour, da kann man auch Karten kaufen. Kann ich da auch Kommentare schreiben? Ja. Erst mal flehen. Ach, Timmy. Wir sind zurück im PIT-Cast. Folge 50. Mit dabei eben noch Andi, Sepp, Mikkel und Dalu. Alle geilen Schnittchen. Alle geilen Schnittchen. Er ist für mich auch tatsächlich mal hier so first try, weißt du, das Ganze hochzuladen und so. Bin gespannt, ob ich das hinkriege und nachher wo ich mir noch diesen geilen PIT-Cast-Text auf der pitsmeet.de muss ich mir einfallen lassen. Wenn du da Hilfe brauchst, sag Bescheid. Alles klar, Mikkel, do it. Ich mag immer kreative Texte zu unseren Themen, ne? Ja, das sind immer mega kreative Texte. Das Geile ist, Dennis muss das ja auch schneiden und er kann es diesmal noch nicht mal asynchron machen, weil es diesmal nichts ist. Das stimmt. Voll gut, ne? Das stimmt. Aber ich muss sagen, ganz ehrlich, meine asynchronen Zeiten sind ja mittlerweile echt vorbei. Das stimmt. Außer in Secret Hitler, da hat Peter dich asynchron geschnitten. Das ist aber frisch. Da kann ich aber nichts für. Da kannst du nichts für nehmen. Aber ein gewisser Charme bleibt von dir. Ein gewisser Charme bleibt von dir. Ficke er sich ganz schön hart. Ficke, Ficke, Fahrradkette. Oh Gott. Andi, du hast immer den Vorteil, wenn du diesmal mit dabei bist, musst du dich nochmal anhören, um zu wissen, was du nachher rausschneiden kannst. außer ich will was rausschneiden. Da muss ich ja bei ihm. Das stimmt. Das ist jetzt da doof. Aber bisher waren wir hier so langweilig. Aber vor allem, vor allem, muss Jay sich den anhören, weil er muss sich den PHP anhören, weil da ja über ihn gelästert wird und mittlerweile ja hier ja auch sein, den wir über Tierärzte hergezogen haben. Nein. Bitte? Ach, Jay, ich liebe ihn. Ein bisschen zumindest, ne? Nein, ich finde ihn total sympathisch. Ich auch. Ja, okay. Soweit man Jay sympathisch finde ich kann, also ich. In der Aufnahme. Auf seine eigene Art und bei, nein. Lassen wir das. Ach, ja, schön, schön, schön. Habt ihr sonst Themen dieser Woche, die euch, die euch auf dem Herzen liegen? Dennis, hast du nichts vorbereitet? Ich, ich, Wenn Peter das macht, dann läuft das immer so, er moderiert so, wie seinen roten Faden. Ja, ich weiß, ich habe auch einen roten Faden, aber ich wollte euch nicht abwürgen. Wir können auch gerne noch das Drogenthema fortführen. Ach, ich glaube, da kommen wir auch nicht auf. Das ist voll ausgelutschter Drogenthema, das ist voll 90. Ja, ansonsten habe ich natürlich, habe ich natürlich was. Und zwar, Apple und Google was auch nicht so oft vorkommt, weil, äh, gegen das FBI, weil das FBI wollte nämlich von, also folgendes ist so, ähm, wenn man auf dem iPhone aktuell, ähm, ich glaube, zehnmal den Code falsch eintippt, diesen, diesen Edge-Berg-Code, dann löscht das iPhone automatisch die Daten des iPhones. Oh. Damit man, also halt aus, aus Sicherheitsgründen halt, ja. Wenn das iPhone dann davon ausgeht, dass es geklaut ist. Genau, das wird dann irgendwie, ich weiß gar nicht, ob es auf Werkstanzustand zurückgesetzt wird oder so, aber es ist egal, auf jeden Fall die, die persönlichen Daten und Apps und so weiter und Konten werden alle gelöscht, ja. So, dass man da nicht mehr drauf zugreifen kann. Ähm, jetzt das Problem, dass das FBI, äh, in zehn Versuchen die Handys nicht knacken kann. Also es ging da um einen speziellen Fall. Die haben wohl von einem Terroristen oder von einem mutmaßlichen Terroristen, ob einer ist, wissen wir noch nicht, ähm, haben die halt, äh, der auch dann niedergeschossen wurde, haben die halt das Handy bekommen, äh, was ein iPhone war und das halt ganz normal gesperrt mit so einem PIN-Code und ja, steht das FBI halt da und hat halt zehn Versuche, ja. Das ist natürlich dumm. Äh, an dem, an der Software in sich kommen sie wohl nicht vorbei. So, daraufhin hat, äh, das FBI, äh, Apple gesagt, ey, mach mal weg. Apple gesagt, nö, fick dich, ja, weißt du, kannst mich mal. Da sagt der FBI, hm, okay, gibt's da eine rechtliche Handhabe? Ne, gibt's nicht und da sind die jetzt vor Gericht gegangen und dadurch kam das Thema dann erst, ähm, wo die halt vor Gericht, äh, sagen wollen und zwar nicht, dass Apple das Handy entsperren muss, weil das wäre wohl gegen das Gesetz, sondern, dass Apple den Mechanismus außer Kraft setzen soll für das FBI, das nach zehn Versuchen, das Handy gelöscht wird. Quasi eine Backdoor fürs FBI programmieren. Genau, sodass das halt in alle Handys jetzt ja dann rauskommt oder so übers Update quasi, ne? Genau, ja. Und das haben die gesagt, äh, äh, erst mal sind wir so geil, dass das FBI unsere scheiß Handys nicht knacken kann und dann haben die gesagt, leckt mich, warum sollten wir das tun? Und dann kann ja auch jeder andere halt außer dem FBI irgendwann da rausfinden, wie das funktioniert und da dann halt machen. Und das wäre natürlich dann wieder eine Sicherheitslücke, eine vorprogrammierte Sicherheitslücke, nur fürs FBI. Genau, und da hat halt, äh, Google, ähm, beziehungsweise der Chef von Google hat sich dann, ähm, bei, bei Twitter gemeldet und hat halt dann gesagt, dass, äh, sie da halt Apple auch vollbeistehen und auch, äh, im Zweifel einen langen Rechtsstreit mit denen zusammen austragen würden. Ach, die haben gesagt, die unterstützen die dabei. Ja, also Google ist ja auch, also, Google macht ja zumindest, also Google, wir wissen ja alle, Google ist halt die größte Datenkrake dieses Planeten. Das ist es, ja. Aber, ähm, nach außen hin präsentieren sie sich ja immer als Datenschützer und die sorgen ja zumindest, zumindest augenscheinlich dafür, dass, äh, mit Ausnahme von Google selbst niemand an die Daten rankommt. Und du, und dir. Und dem FBI. Aber Werbekunden. Ja, ne, aber Werbekunden, in gesammelter Form, das ist ja auch ein Unterschied, ob ich dem jetzt sage, ob ich dem Kunden jetzt sage, 50 Prozent der Leute finden den und den Film geil, oder ob ich dir halt sage, ey, Mikkel, ja, der fand Deadpool geil. Ja, das ist für mich schon ein großer Unterschied, auch in der Privatsphäre. Ja, ähm, erst mal finde ich ja interessant, ich glaube, Microsoft hat das schon vor Monaten gemacht, da hat das bloß keinen interessiert. Echt? Ja. Was denn? Äh, es ist ja angekündigt, dass sie mit dem FBI nicht kooperieren wollen. Ja, das ist, weißt du, Microsoft hat es dann wieder falsch gemacht und hat das nicht als Werbegecken gemacht. Genau. Also, für mich ist es seitens Apple einfach eine reine Marketingveranstaltung. Ähm, und ich kann es eben auch nicht wirklich ernst nehmen, weil diese Filme eben auch alle so, was so Daten anbelangt, jetzt nicht gerade zimperlich umgehen, auch so gerade mit unseren europäischen Daten. Ähm, die interessiert ja einen Scheißdreck, was wir hier für in Deutschland oder in Europa für Rechte haben. Ja, das stimmt. Ähm, deswegen, also ich finde es an sich gut, dass sie da jetzt nicht klein beigeben, weil, wie gesagt, es ist einfach ein großes Sicherheitsrisiko, weil, wenn das FBI sich dann da irgendwie einloggen kann, dann kann das auch jeder halbwegs talentierte Hacker. Wäre es nicht irgendwie möglich, dann zu sagen, dass man halt so weit kooperieren kann, hey, dieses Handy, wir gehen davon aus, das ist von mutmaßlichen Terroristen, können die das nicht mal eben sozusagen entsperren. Das habe ich auch noch nicht ganz geschickt. Das Problem ist ja, in Einzelfällen halt einfach, ähm, das ist ja jetzt erstmal nur ein mutmaßlicher Terrorist. Ja, wo ist die Grenze? Und warum hat der jetzt plötzlich keine Rechte mehr, auf was so seine Datensicherheit anbelangt und so? Warum werden die dann plötzlich außer Kraft gehebelt? Also, selbst wenn ich jetzt, also wenn ich jetzt angeklagt werden würde, weil ich vielleicht gestern auf irgendwie Bomben bauen für Anfänger oder so war, ähm, und dann hat man den Verdacht, dass ich ein mutmaßlicher Terrorist bin, dann ist es doch, kann es doch nicht angehen, dass plötzlich meine ganzen Rechte ausgehebelt werden. Ja, obwohl da vielleicht eben auf der Seite nur warst, weil du da irgendwo auf den Link geklickt hast oder so eine Scheiße. also das ist doch, und das finde ich eben, da finde ich es wichtig, dass wir uns dagegen wehren und eben auch Apple und Google, dass eben solche Rechte nicht unter, wie sagt man, untergraben, unterbuddelt, ähm, werden. Unterbuddelt und rum. Ja. dass da kein, dass da kein Tunnel in unsere Rechte gebuddelt werden, damit das FBI auf der anderen Seite wieder rauskommt und uns unsere Rechte von hinten betrachtet, so. Ja. Okay. Da steht jetzt jeder, was ich meine. Immer die Frage. Ich weiß nicht, ich stimme dir da halt auch zu. Das ging für mich sogar so weit, ähm, dass ich, ähm, damals als, könnt ihr euch daran erinnern, als, äh, von der Leyen damals, ne, nicht von der Leyen, Quatsch, äh, der damalige Innenminister irgendwie dafür gesorgt hat, dass Kinderporno-Seiten diesen Disclaimer kriegen mit, äh, diese Seite ist nicht richtig und, du kannst da nicht drauf und so, äh, mit diesem Riesenstoppschild, ähm, wo ich dann halt immer der Meinung bin, immer noch, also ich bin, ich bin absolut gegen Kinderpornografie, aber ich finde halt, dass das der falsche Weg ist und dass das Zensur ist. Mhm. Und das ist halt für mich auch so, warum sollten so wieder Rechte ausgehebelt werden, das Grundsatz auf Zensur, Grundsrecht auf persönliche Datensicherheit, weil natürlich verstehe ich auch den Gegenpunkt, wo man sagt, ja, aber wenn es ein Terrorist ist, vielleicht sind da Daten drauf, eine Tandy-Nummer oder so weiter, wo mich dann halt, geil kann, aber wer aktuell der, der Chef von, von denen ist, ja, äh, da ich den finden kann, weil ich den dann geil orten kann, kann ich halt auch verstehen. Mhm. Ja, das, das ist ja, das Interessante ist ja, dass jedes Mal, wenn irgendwo ein Terroranschlag stattfindet, werden ja anschließend erstmal so die, ähm, Bürgerrechte irgendwie wieder verschlechtert, also man hat's ja in Paris gesehen, wo dann plötzlich Durchsuchungen ohne, äh, Richterbeschluss und so möglich waren, also, und das finde ich ist auch eigentlich eine schlimme Entwicklung, dass wir, wir werden quasi von Leuten angegriffen, die nicht mit unseren Wertvorstellungen übereinstimmen und was macht unser Staat, der, ich sag mal, unterstützt das Ganze, indem er uns in einen Überwachungsstaat verwandelt, was wiederum unsere Rechte wieder weiter einschränkt, also, egal irgendwie, mit wem wir zu tun haben, unsere Rechte werden einfach immer beschissen, Ja, von allem. Und wir, vielleicht, wir waren's nicht mal selbst. Vielleicht arbeitet das FBI ja mit den Terroristen zusammen, nur damit die die Rechte weiter schmälern können. Das ist doch Assort. Inception, Inception hier. Was ist das denn jetzt für ein Quatsch? Mikkel, bist du etwa vom FBI? Samy ist wahrscheinlich geheimer FBI-Agent. Ja, Der hat eine Kamera in den Augen. Du wirst dich gleich vom Stuhl, ja. Nee, aber das, finde ich, ist eine ganz schlimme Entwicklung, die wir gerade da miterleben, muss ich sagen. Also, da habe ich auch so ein bisschen Angst, wie das in 50 Jahren mal sein wird, ob wir dann, so nach George Orwell, dann irgendwie so einen Überwachungsstaat haben werden. Genau, genau, aber die Frage, also ich kann halt, also ich stimme dir dazu und ich bin auch eigentlich für die private Datensicherheit, weil ich würde halt, es gibt keinem was an, ob ich irgendwelche Nacktfotos und so weiter habe, aber auf der anderen Seite verstehe ich halt auch schon, dass andere Daten halt wichtig sein könnten, um das Ganze zu, ja, rauszuhauen, also um da, um da halt voranzukommen, um Leute zu finden und da halt einen vernünftigen Kompromiss zu finden, der halt nicht dafür sorgt, dass die Rechte der Bürger immer weiter beschnitten werden, sondern dass man irgendwann mal sagt, okay, hier haben wir jetzt eine Kompromisslinie, die funktioniert irgendwie so, dann ist das halt für mich echt die Frage, ja, wie kriegt man das vernünftig hin? Ja, also das Problem, ich habe ja kein Problem damit, wenn sie versuchen, den Terroristen irgendwie auf die Schliche zu kommen, bloß, wie sie es machen wollen, echt mal Mikkel, hast du da jetzt mal ein Problem mit? Oh Kacke, jetzt fange ich schon an zu schwitzen hier, nee, aber die Sache ist ja, wie sie es machen, also die sammeln ja ohne Ende Daten, die kein Mensch auf der Welt auswerten kann, das heißt, es gibt irgendwie, ich habe mal so eine Charta gesehen, wie die Daten früher bei der DDR, wie viel die gesammelt haben, in wie viele Aktenschränke das passen würde und wie viele Daten aktuell irgendwie die NSA oder sowas gerade sammelt, und das ist einfach so krass, und da kann mir keiner erzählen, dass wenn der Mohammed da irgendwie geschrieben hat, so morgen jagen wir irgendwie das, weiß ich nicht, Pentagon in die Luft, dass dann so, da einer sitzt so und sich da so durchfühlt, also das, ich glaube, das ist viel zu viel, als dass da irgendjemand groß irgendwas erkennen kann, also, nehmen wir dann mal das direkte Erkennen weg, es reicht doch der Glückstreffer oder nicht, und dafür brauchst du dann halt auch alle Daten. Ja, aber für diesen scheiß Glückstreffer wird alles, was wir machen, aufgezeichnet, und dann kann auch in 20 Jahren noch jemand sagen, aha, der Herr Robran, der war an dem Tag aber irgendwie in Region XY unterwegs, wo auch ein Mord passiert, und dann bin ich plötzlich irgendwie verdächtig, da nur weil irgendwie da irgendwelche Daten... Ja, aber dann bist du ja lediglich verdächtig. Ja, aber das ist doch... Aber du bist halt schon verdächtig, also ich finde, ich finde, du wirst dann halt zu schnell verdächtig, wie zum Beispiel etwas in Paris passiert ist, eine schlimme Sache und so weiter, und dass man dagegen was tun muss, verstehe ich, aber auf der anderen Seite denke ich mir halt so, okay, dann kam halt, weil dann der Ausnahmezustand einberufen wurde, hatte die Polizei die Möglichkeit, einfach in den Häuser reinzudringen. Jetzt stelle ich mir vor, ich sitze hier am Rechner, ja, keine Ahnung, von mir ist die Lanxess-Arena, fliegt in die Luft, deswegen, ja, und dann stürmen die in meine Wohnung. Ja, hm, finde ich halt irgendwie scheiße. Ja, natürlich findest du das scheiße. Man muss das halt mal, also man muss, man geht ja meistens davon aus, ja, dann ist halt irgendjemand gestürmt worden oder so, ja, weißt du, dann denke ich mir halt auch so, ja gut, ist es genauso, als wenn China in unser Kreis umfällt, weil ganz ehrlich, wenn halt auf der anderen Seite der Welt irgendwo einer geswattet wird oder so, ja, dann halt nicht, aber die Sache ist halt, was ist, wenn dir das mal selbst passiert, ja, das ist ja immer genau der Fall, was ist, wenn halt auf einmal die Polizisten hier bei dir stehen, schmeißt dich auf den Boden, ja, keine Ahnung, die sind ja auch nicht so, dass die hier reinkommen und sagen so, jo, wir wollten uns mal umsehen, sondern die nehmen ja alles auseinander und so weiter, danach musst du aufräumen, du hast ja nur Stress damit, die räumen ja auch wenn nicht wieder auf oder ähnliches, oder die machen dann die Türen kaputt oder sonst irgendeinen Scheiß und, dann ersetzen die aber schon. Ja, wow, du hast ja trotzdem den Ärger damit. Ja klar, du hast immer den Arsch, die Arschkarte davon. Und dann hast du im Zweifel, ist dann, saß ich einfach nur und hab Counter-Strike gespielt, weißt du, oder, was weiß ich, Hearthstone, drauf geschissen, und vermisst hab ich mir einen gewichst, ist ja egal, ich darf mir auch zu Hause einen wichsen. Fakt ist, da kommen dann halt 20 Mann hier rein, stürmen wir auf den Boden und sitzen mit untergelassener Hose vor dem Rechner mit meinem Teil in der Hand und die Sache auf dem Boden, bitte, ja. Ja, wenn du dir kleine Kinder angeguckt hast. Wenn das so eine Willkür eben erfährt, also das Ganze. Genau. Eigentlich ist es ja Sinn der Sache, dass ein Richter da erstmal drauf guckt und sagt, okay, ja, ist wirklich verdächtig, weil wenn die Polizei anfängt zu sagen, wir können stürmen, wenn wir wollen, das war ja auch früher schon in der DDR eher nicht anders, dass es dann auch private Fälle gab, wo dann irgendwelche, ich weiß nicht, ob das, wie heißen sie dann, der Kommandeure oder so, die sich dann irgendwie Stress mit ihrem Nachbar hatten und der dann mal eben irgendwie im Gefängnis verschwunden ist oder so. Also das, wir gehen ja immer davon aus, dass die Polizei dann auch nur tut, was sie tun soll oder darf, aber das halte ich für ein bisschen naiv eigentlich. Genau, weil du hast halt die Gegenkontrolle nicht und ich glaube, das ist halt genau das Wichtige in der Demokratie. Wie gesagt, die klassische Gewaltenteilung hat, die Polizei macht es, aber nur, wenn eine andere Instanz sagt, das ist okay. Der Henker kann nicht der Richter sein. Sehe ich zumindest so. Weißt du, weil ich möchte dieser Stelle ganz kurz Dominik begrüßen, der mittlerweile auch dazu gekommen ist. Falls er da ist. Ja, ist nicht da. Ja, ich bin da, Hallöchen. Hallöchen. weil ich noch ein paar Sachen machen muss. Achso, ja, okay. Auf jeden Fall ist das meine Meinung, dass der Henker nie der Richter sein darf, sondern du brauchst halt einen unabhängigen Typen, damit halt genau das nicht passiert. ey, mein Nachbar ist aber ein Wichser und ich bin Henker und Richter, weg die Sau, weißt du, weil ich kann mir immer was einfallen lassen, im Zweifel. Sitzt du jetzt zehn Jahre im Bau und dann so, ja, hoppala, das ist aber versehen gewesen, das tut mir leid. Dann kriegst du einen warmen, feuchten, warmen, feuchten Druck. Warmen, feuchten Druck. Warmen, feuchten Druck. Der gute alte, warme, feuchten Druck. Und dann ist gut. Ja, auf der anderen Seite verstehe ich halt aber auch, dass natürlich es sinnvoll ist, die Leute dann zu schnappen. Ja, schwieriges Thema, Sicherheit und so. Das ist immer dann diese Kompromissfindung. Also, ich bin da in der Ansicht relativ radikal, weil ich glaube, umso radikaler wir unsere Rechte verteidigen, umso weniger werden sie uns genommen. Also, sie werden uns eh genommen, aber umso mehr wir uns wehren, umso weniger. Mikkel macht die ganze Zeit den Puffer Gaschner. Ich glaube, der hat auch ein bisschen Angst. Nee, ich bin bei dem Thema relativ radikal, weil ich glaube, Ja, radikal, ja, das ist ganz gut, Mikkel, ja, ja, ich sag ja. Wenn wir immer nur da sitzen und so denken, ach, wird schon alles nicht so schlimm werden und so, dann gucken wir uns in 20 Jahren blöd um. Ja, aber es müsste noch eine komplett andere Lösung geben, denn genau um solche Leute zu schnappen, musst du ja, wir haben ja, unsere Rechte erlauben uns ja, eigentlich ja im Normalfall, die komplette, dass halt unsere Daten halt gesichert sind und so weiter. Und darauf kann man sich ja immer und immer wieder berufen. Aber was machst du jetzt in diesen Ausnahmefällen? Es muss ja irgendeine Möglichkeit geben, sonst kannst du das ja genauso negativ ausnutzen, wie das Thema, was wir halt gerade schon hatten, wenn du zum Beispiel die Drogen legalisierst, aber einen darfst du haben und dann laufen da tausend Leute über die Grenze. Genauso kannst du ja auch deine Datensicherheit, die du hast, ausnutzen. Ja, das ist ja immer das Problem. Also die Fragestellung, die ja auch sich sehr viele Juristen stellen, so auch aus der moralischen Sicht, was ist uns unsere Sicherheit wert? Ist es uns wert, dass wir unsere Sicherheit, also unsere Freiheit völlig aufgeben für unsere Sicherheit? Und die Frage ist dann halt auch, ich meine, sagen wir mal ganz ehrlich, es gibt immer wieder terroristische Anschläge und seitdem die terroristischen Anschläge kommen, hat sich das Freiheitsrecht mit Vorratsdatenspeicherung und Überwachung und so weiter immer weiter erhöht und trotz alledem kommen solche Vorfälle ja noch vor. Klar, dann argumentiert natürlich, man kann ja nicht alles aufdecken, aber wir haben bestimmt 100.000 Fälle vereitelt. Ja, das stimmt, das mag ja sein und trotz alledem gibt es halt genauso viel Kriminalität wie davor oder große Anschläge, weil es irgendwie einmal im Jahr explodiert irgendwo was, sagt der Motto. Also hilft das ja auch nicht, das zu stoppen. Also kann das nicht der richtige Weg sein? Ja, und dann sagen die Daten, weil wir nicht genug Kontrolle und noch nicht genug Überwachung haben. Ich glaube, du kannst es aber nicht so sehr überwachen, dass es nicht passieren wird. Und von daher müssen wir uns doch irgendwie von dem Gedanken verabschieden, dass wir immer mehr Daten sammeln müssen, immer mehr irgendwie an Daten anhorten, die eh kein Schwein durchliest und stattdessen mal irgendwie uns überlegen, wie wir vielleicht gezielter dagegen vorgehen können oder vielleicht auch überlegen können, warum denn diese Leute zu uns ins Land kommen und sich hier in die Luft sprengen, weil ich glaube, dann wird es erst so richtig anstrengend für die ganzen Politiker, wenn sie sich überlegen, was auch im Nahen Osten passiert ist und so. Das hat ja seine Gründe, dass die sich jetzt hier in die Luft sprengen. Also das sprengt jetzt wahrscheinlich den Rahmen des Ganzen, was wir auch verstehen von diesem Thema und da begeben wir uns wieder in ein gefährliches Halbwissen. Aber trotzdem kann man ja eine Meinung haben. Ja, also meine Meinung ist, es wird nicht die Lösung unserer Probleme, wird nicht sein, dass wir uns noch mehr überwachen. Nee, das glaube ich halt eben auch nicht. Ich glaube halt auch nicht, dass solche Fälle wie Paris weniger werden, weil wir halt einfach immer mehr Überwachung machen. Weil ganz ehrlich, selbst wenn die die Überwachungskameras haben und so weiter, ja, und von mir aus auch wissen, wo jeder Bürger ist, was der in der Hand hat im Zweifel, ja, wenn der das Päckchen in der Hand hat und läuft da halt irgendwo in den Laden rein und sprengt sich dann da in die Luft, ja gut, der ist dann halt tot, dann hat er es trotzdem gemacht. Ja, well played. Hast du viel Spaß damit gehabt, dass du halt den Voraufband hattest. Was hast du davon dann? Ja. Ja. Aber ist es nicht gleichzeitig auch schon wert, wenn mehr Datenüberwachung am Ende ein Menschenleben rettet? Das ist wiederum die Gegenfrage. Das ist ja auch so eine sehr theoretische Frage, ne? Das ist auch ein Totschlagargument irgendwie, oder? Ja, das ist ein Totschlagargument und das ist vielleicht abgedroschen, aber trotzdem ist es ja so, oder nicht? Ich kenne eine ganz, ganz spannende Frage aus, ich muss das klar erzählen, mein Bruder ist Jurist und der beschäftigt sich auch häufiger mit solchen Fragen und unter Juristen gibt es auch zum Beispiel die Frage, was machst du? Was war zuerst da, das Ei oder das Huhn? Nee, Sepp, das machst du im Kindergarten. Ach so. Nee, du hast so einen Zug, der fährt da, du sitzt an dem Hebel und kannst entscheiden, dass er jetzt links fährt, wo irgendwie eine Person drauf ist oder er fährt rechts, wo drei Personen sind. Was machst du jetzt? Lässt du den Zug links fahren, weil du dann nur diese eine Person umbringst? Lässt du den Zug fahren rechts, wo drei Personen sind? Weil im jeweiligen Fall wird jemand sterben. Würdest du deine Mutter oder drei Unbekannte? Aber ist ein Menschenleben mehr wert als drei Menschenleben? Also wie willst du das Menschenleben bewerten? Also wenn jedes Menschenleben gleich viel wert ist, dann wäre eins weniger wert als drei. Ja, aber was ist, wenn es deine Mutter ist? Genau. Dann entscheidest du ja nicht mehr rational, sondern nach eigenem Empfinden. Aber kannst du bei dieser Frage rational entscheiden? Ja genau, die Sache ist halt die, ja genau, das ist halt genau der gleiche, was auch damals war Gesundheit, mit dem, als es hieß, darf man Passagiermaschinen abschießen, im Fall der Fälle. Weißt du so, schieße ich lieber die Maschine ab mit 300 Leuten an Bord oder warte ich darauf, bis das Ding ins World Trade Center fliegt? Genau. Ja, gute Frage. Und vor allen Dingen dann halt so, selbst wenn du da jetzt theoretisch drüber nachdenkst und sagst, okay, im World Trade Center sind 50.000 Leute, in der Passagiermaschine sind von mir aus 300 Leute, und man würde jetzt einfach gesetzlich festlegen, dass die Anzahl der Menschen darüber entscheidet, wer zu schützen ist, ja? Ja, das stellt sich trotz, dann hat man auch diese Emotionalität nicht, weil das Gesetz kennt halt keinen persönlich, also kannst du nicht sagen, das ist meine Mutter, sondern der Typ, im Zweifel muss der Kampffilot, müsste dann auch die Maschine abschießen, indem seine eigene Mutter sitzt, wenn da halt weniger Leute drin sitzen, als das Gebäude, was das Ding treffen wird. Ja. Genau dann wird es wieder Sonderregelungen geben, was ist mit, in Anführungsstrichen, wichtigen Leuten und so. Genau, und dann stellt sich aber auch noch die Frage, wer drückt den Knopf? Also ich würde den nicht drücken. Der müsste Anonymität erhalten. Ja, gut, der müsste Anonymität erhalten, aber unabhängig davon, selbst wenn ich der Knopfdrücker wäre, ja, der Henker in dem Fall, stellt sich für mich auch die große Frage, jetzt mal ganz ehrlich, würdet ihr den Knopf drücken, wenn ihr wisst, ey, ihr drückt jetzt den Knopf und dann fliegt eine Rakete los und dann sterben 385 Leute und selbst wenn keine Software der Welt erfährt, dass du dort warst, weißt du das. Da musst du halt mit leben, ne? Ja, genau. Da gibt es auch für die Zukunft eine sehr interessante Fragestellung, und zwar werden wir irgendwann alle selbstfahrende Autos haben und jetzt stellt sich ja für die Programmierer auch die Frage, wie programmieren sie das Auto, wenn jetzt ein Kind auf die Straße springt, lässt du das Auto gegen das Kind fahren oder lässt du das Auto gegen die Wand fahren, womit dann der Fahrer sterben würde? Ja, stimmt. Das ist ja auch so eine Problematik, die ja genau aus dem gleichen Themengebiet kommt, die ich auch extrem spannend finde. Also was programmierst du dann da im Endeffekt in die Maschine rein? Ich glaube, wenn es so weit kommen würde, würde das Auto weiterfahren. Und das Kind umbrettern. Ja. Weil wenn das kommen würde, dass die Autos automatisch fahren, und dann jetzt bedenken wir in unserem Land, was dann wieder für andere Sicherheitsvorkehrungen kommen, ist überhaupt, ich glaube, da kann überhaupt gar keiner mehr auf die Straße rennen, weil da riesige Zäune und Sonstiges sind. Da sind wir voll nach Überwachungsstaat. Ja, weiß ich nicht. Aber grundsätzlich muss man sich ja mal die Frage stellen, wie programmiert man denn sowas? Weil du musst ja immer davon ausgehen, dass was passiert. Du kannst ja ja, das ist ja das Ding, du kannst ja nie eine richtige Entscheidung treffen bei den ganzen Sachen, weil du immer irgendwen damit treffen wirst oder sowas. Ob du jetzt das Kind tötest. Ja, genau das ist ja die Frage. Genau, du kannst ja nicht mal davon ausgehen, weil du könntest ja in beiden Fällen annehmen, so ja, im Zweifel, wenn ich das Kind wegbretter, überlebt es. Vielleicht überlebt es. Genauso kannst du aber auch argumentieren, ja, wenn ich das Auto gegen die Wand blöcke, vielleicht überlebt der Fahrer. Weißt du so, hm. Also es ist halt, in beiden Fällen weiß es aber nicht. Und in beiden Fällen kannst du hinterher immer sagen, hätte ich die andere Aktion gemacht, wäre es vielleicht trotzdem gut ausgegangen, weil das Kind, keine Ahnung, doch noch einen Meter mehr gelaufen wäre und wäre dann gestolpert oder so. Deswegen hätte man das Kind wegbrettern müssen, weil der fliegende Wagen einfach darüber weggeflogen wäre, weil das Bein dünn genug ist und so Geschichten. Du kannst ja dann 100.000 Hypothesen aufstellen. Ja, das wird doch einfach vorher festgelegt, so gesetzmäßig. Ja, wir haben jetzt selbstfahrende Autos und jetzt müsst ihr aufhören, dann solltet ihr auf der Straße laufen. Das Ding fährt nämlich einfach weiter. So, und dann ist doch das, dann ist das doch abgeschlossen, das ganze Thema. Ja, aber dann gibt es wieder ganz viele Leute, die halt dagegen argumentieren, nee, so können wir das ja nicht machen, bla, bla, bla. Auch wenn das jetzt bei aktuellen Autos ja ähnlich ist, weißt du, wie viele Unfälle es gibt im Jahr, müsste eigentlich auch jedem verbieten, irgendwie über 80 zu fahren, 0 Promille, das. Bestes Beispiel dagegen, Dalu, ist doch, wenn da eine Ampel ist mit Fußgänger rot und du hast grün und da läuft einer drüber und er gesetzlich ist festgelegt, der muss stehen bleiben und der läuft trotzdem und du rammst den einfach um, ja. Moment, hat der grün oder hat der rot? Nee, der hat rot und du hast grün. Ja, und du knockst den um. Muss man leider sagen. Nee, bist du nachher trotzdem der Mörder, weil du kannst dich ja nicht mehr berufen, der hatte rot, deswegen habe ich nicht mal gebremst. Du konntest ja nicht bremsen, das fährt ja automatisch. Das Problem ist beim automatisch fahren. Es geht ja um diese, wir haben in der Zukunft Autos, die von alleine fahren. Ja, genau, aber ich meine, die Problematik hast du ja jetzt schon. Also das ist kein zukünftiges, hypothetisches Szenario, das existiert jetzt schon. Ja, aber da kann man es zu länger vorher planen, weißt du, wenn du, da musst du schnell reagieren, aber da sitzt ja wirklich ein Programmierer, die machen sich eine Woche Gedanken, wie machen wir das und entscheiden dann, eine ganze Woche. Wir bringen den Gedanken. Doch, doch, doch. Länger was als ich, das war jetzt ja nur ein Beispiel. Ich weiß, aber du, Spaß. Aber damit werden ja automatisch Regelungen festgelegt. Ist es ja was anderes, irgendwie jetzt schnell zu reagieren als Mensch oder ob ich mir wirklich Gedanken mache, wie machen wir es, wenn es mal dazu kommt? Das fände ich dann schon ein bisschen makaber, wenn man dann sagt, ja, wir fahren den einfach um. Es gibt ja auch vorausschauendes Fahren durch Sensorik, und dann wäre ja die Sensorik am Auto ganz, also verstärkt. Dann würde er auch bremsen, wenn er vorn kommt. Ja, aber die Sache ist halt die, auf dem vollautomatischen Straßensystem kannst du davon ausgehen, dass die Geschwindigkeit nicht bei 50 liegt, sondern möglicherweise in der Aus bei 300. Das glaube ich nicht. Das würde ich jetzt auch nicht sagen, aber man könnte ja, guck mal, dann haben wir jetzt diese Problematik, was macht man bei diesen automatischen Fahrzeugen, wenn jetzt jemand auf die Straße läuft. So, dann hast du ja, du hast ja gar nicht, es muss ja gar nicht zu dieser Wahl kommen, haut der jetzt das Auto gegen die Wand oder fährt ja jetzt das Kind um. Du kannst genau beides umgehen, indem du einfach, jetzt, ne, ist ja auch wieder eine Zukunftstheorie, wenn du rausgehst, hast du mittlerweile dann auch bestimmte Klamotten an, die sensorisch auf diese Fahrzeuge reagieren und es bremst dann einfach. Du brauchst nicht mal Klamotten anfahren. Und damit wirst du dann wieder überwacht, weil die Sensoriklamotten immer wieder überzeigen, in dem GPS-Center immer wissen, wo steht grad jeder. Du brauchst keine Sensoriklamotten, das können die auch so, das können die jetzt schon, die Autos. Die jetzigen, aber bald, die neuen, die Mikkel gefunden hat. Ja, die neuen, die können halt ja auch, was die jetzt schon können, die können auch erkennen, wenn du quasi denen vor das Auto springst. Ja genau, aber die Sache ist halt die, was ist, wenn das Kind vor das Auto springt und der Wagen erkennt, innerhalb von diesen, innerhalb der Berechnung, ich werde nicht bremsen können. Ja. Er bremst trotzdem. Ja, kann er. Er wird ja trotzdem bremsen. Ja, er wird trotzdem bremsen, aber du musst dich dann trotzdem entscheiden, ob ich bremse und auf das Ziel zusteuere oder ob ich bremse und versuche dran vorbeizufahren. Nein, vorbeifahren ist keine Option. Klar ist es vorbeifahren eine Option. Du hast nur ein kleines Kind oder Wand. Die neuen Autos haben einen ganz, ganz tollen Bremsweg. Ja. Wow, und wenn das dann innerhalb von 100 kmh auf 0 in einem Meter, dann knall ich halt als Fahrer gegen die, die gewinnt zu sein. Nein, auch der Anschnaller ist doch viel besser geworden. Der gekreuzert. Und die G-Kräfte wirken im Auto nicht, oder? Ja, das ist ja nicht mehr. Das ist abgeschafft. Bin ich dagegen. Das ist abgeschafft. War der Staat weggereguliert. Ja, wirklich. So schwerkraft brauchen wir nicht. Wer ist dafür? Also, ich glaube halt nicht, dass es programmtechnisch überhaupt möglich und machbar ist und überhaupt logisch ist, was einzuprogrammieren, dass man ausweicht in dem Falle. Warum nicht? Damit wirst du nur weitere Unfälle oder Sachen... Nee, eben nicht. Bei einem automatischen Ding nicht, weil wenn das eine Auto das Signal gibt, ich werde jetzt ausweichen, wissen das alle anderen ja und da können die ja auch ausweichen. Ach ja, weil die ja direkt stehen bleiben alle. Es ist ja auch irgendwie so eine Herstellerfrage, weißt du, nachher wird dem vorgeworfen, nur weil du das Auto so und so programmiert hast, wurde mein Kind jetzt überfahren. Das muss halt allgemein gesetzlich festgeschrieben und alle das machen müssen. Das ist halt so. Und deshalb wird das niemals kommen, weil alle Menschen so verbohrt sind und immer, nee, aber ich will nicht und dagegen immer klagen. Aber stell dir vor, das wäre dein Kind. Das ist doch eine richtige Frage, ja. Genau. Stell dir doch mal immer vor, das ist dein Kind. Sagst du dann, okay, ja gut, das ist Pech gehabt, war halt so, weil mein Kind ist halt über den Zaun geklebt und auf die Straße gesprungen und die Programmierung war halt so. Ja, was willst du denn machen, wenn dein Kind vor den Zug rennt? Da kann ich da auch nichts dran tun, wenn mein Kind so doof ist und vor den Zug rennt. Dann muss ich das so erziehen, dass er das nicht macht. Oder wenn dein Kind die Hand auf die Herdplatte legt, dann tut sich das halt auch weh. Ja, aber das ist für mich ein Unterschied, ob ich jetzt meine Hand auf die Herdplatte kurz nicht gemerkt ist oder vor den Zug renne. Die Sache ist doch, dass Menschen etwas programmieren, was nachher wegen der Programmierung Menschen umbringen wird. Genau, und der Vergleich mit dem Zug hinkt doch, weil der Unterschied ist nämlich, dass es halt ein paar Zugstrecken gibt und ich kann dann halt meinem Kind beibringen, halte ich doch mal bitte von diesen paar Zugstrecken fern. Ich kann aber mein Kind schlecht beibringen, halte ich doch mal von allen 140.000 Kilometer Straßen in Deutschland fern. Okay, dann muss ich meinem Kind beibringen, dass es sich nicht ein Messer im Bauch rammt oder Finger in die Strecke Das solltest du deinem Kind wirklich beibringen. Ja, das solltest du deinem Kind echt beibringen. Oder andere Leute absticht oder keine Ahnung, aus dem Fenster springt. Das solltest du dem Kind auch erzählen, ja, definitiv. Das muss einfach in der Gesellschaft schon so drin sein, dass man das halt nicht macht. Ja, aber das passiert heutzutage auch, also dass Kinder vor Autos rennen. Ja. Und das Problem ist ja, das ist ja nicht das Problem. Doch genau, das ist das Problem. Das passiert doch jetzt auch schon. Warum ist das das Problem? Ja, aber das ist doch jetzt schon ein Problem. Ja genau, das ist jetzt schon das Problem. Und daher haben wir etwas, was programmiert wird. Das heißt, es muss eine Reaktion einprogrammiert werden. Jetzt sitzt jemand am Steuer, der entscheidet für sich selbst. aber Moment, du kannst aber, oder bretter ich gegen die Wand. Aber du kannst doch Fehlverhalten eines Menschen nicht irgendwie als Grund nehmende Programmierung außen vor zu lassen. Natürlich passiert das. Ja, aber was ist denn das richtige Verhalten in dem Fall? Nicht vor das Auto rennen. Ja genau, aber das kannst du, genau, das kannst du ja nicht verhindern, nicht vor das Auto rennen. Es gibt nur, es wird passieren, dass irgendjemand vor das Auto rennt und du als Programmierer musst jetzt pauschal entscheiden, ich fahr immer das Kind platt oder ich fahr immer gegen die Wand. Das ist die Entscheidungsfrage. Nicht das Kind beizubringen, vor die Straße zu rennen, das bringt jeder Vater seinem Sohn bei oder jede Mutter seinem Sohn. Aber wenn du jetzt sagst, hey, dann fährt das Auto halt weg, ja, dann fährt halt auch den Bürgersteig daneben oder es fährt halt auf die andere Straßenseite in den Gegenverkehr oder es fährt einfach gegen die Wand. Es fährt immer das Kind platt. Weil irgendwann muss es programmieren, was passiert. Das ist die Problemstellung. Deshalb will keiner mehr Programmierer werden, weil er damit Leute kann. Er tötet Menschen mit jedem Programmierer. Nicht Autos töten Menschen, Programmierer töten Menschen. Wird es dann halt. Nicht der Alkohol am Steuer schuld, nur der Programmierer ist schuld. Das sind glorreiche Zeiten, wo man sich abends volllaufen kann und trotzdem ins Auto steigen. Das stimmt. Fahr mich mal nach Hause. Und wenn ein Kind kommt, einfach draufknattert. Hast du doch vor die Abfrage. Wie soll das? Und am nächsten Morgen so, boah, scheiße, schon wieder ein Reber fahren, wieder eine Beule vorne. Fuck, ey. Aber ich finde es auf jeden Fall extrem spannend, so diese moralischen, juristischen Fragestellungen, die so dahinter stecken. Weißt du, man denkt, da fährt einfach jetzt ein Auto selbst. Aber da muss man sich eben so krasse Gedanken drüber machen, was dann einprogrammiert. Das ist auch der Grund, warum das zumindest in naher Zukunft niemals passieren wird, dass alle Autos allein rumfahren werden. Weil das einfach so ein großer Diskussionsbedarf erzeugt, irgendwie auch, dass die Politiker da eh niemals mit fertig werden. Gut, dann ist das halt nicht in 10 Jahren und nicht in 15 Jahren, aber in 30 Jahren ist das dann soweit. Ja, aber dann wird wahrscheinlich das so sein, dass es dazu extra Trassen gibt, so ähnlich wie bei Zügen, wie du vorhin schon sagt hast, die komplett gekapselt sind, wo du irgendwie über so eine Auffahrt, über so ein Schleusensystem drauf fährst. Und war das, weißt du, wenn mein Kind in den Tunnel reinläuft? Ja, selber schuldet. Ist wie beim Zug. Weißt du, weißt du, dumme Kinder gehören bestraft. Weißt du doch. Bestraft, ja. Also ich meine, ich verstehe natürlich die Argumentation, da hat man versucht, ein höchstes Maß an Sicherheit zu machen. Aber Fakt ist ja auch, aktuell, selbst wenn mein Kind vor dem Zug rennt, stellt sich immer die Frage, auch die juristische, ist genug gehandelt worden? Hat der Zugfahrer genug gebremst? Hätte der was machen können? Was soll der denn machen mit 100 Sachen und einem Riesenzug? Ja, die Frage stellen sich trotzdem. Nee. Die Frage stellt sich, weil alle immer emotional dahinter stecken. Das ist halt so. Und das ist aber normal und das wird aber auch immer so sein. Aber trotzdem ist es, das Emotionale und weil es halt um ein Menschenleben geht und so immer ganz weit oben in diesem Kurs. Ja gut, aber ganz ehrlich, wenn du das Emotionale rausnehmen würdest, dann könnte man sich sachlich darauf einigen, keine Kriege zu geben. Wir könnten morgen die Hungersnot in Afrika beenden. Ja, könnte man. Easy. Das eine ist emotional vor der Haustür, das andere ist emotional über den ganzen Planeten. Ja genau, aber wenn die Menschen halt nicht mehr emotional handeln, hast du ja sowieso alle Probleme gelöst, weil Rationalität ist ja genau das, was alle dann schützt, weil du handelst dann ja nicht mehr in deinem eigenen Interesse, sondern du denkst halt, okay, wenn ich jetzt 30 Sekunden noch warte, bevor ich über die Straße gehe, dann sorgt das dafür, dass da Verkehr am besten fließt und für die ganze Weltwirtschaft ist das besser. Mach's halt kaputt. Ja, sorry. Ich mach's nicht kaputt. Ich find's halt spannend, ich stimme dir halt zu. Also ich stimme dir halt vollkommen zu, aber das ist halt, ja, das ist halt, das ist halt mega schön. Also ich bin froh, dass ich kein Politiker bin, weil das sind so Sachen, die würde ich auch nicht entscheiden wollen. Ja. Durchwinken und weiter geht's. Durchwinken. Dann heißt der, der den ersten Gesetzesentwurf einbringt, der hat bei Sepp gewonnen. Ja. So, da führen wir jetzt auch eine Regelung. Die widersprechen sich, aber ist egal. Endlich besoffen nach Hause fahren von seinem Auto. Ist auf jeden Fall ein mega kompliziertes Thema. Definitiv. Und ich will das halt nicht entscheiden. Das stimmt. Fox-Abstimmung oder so. Wählt mich, wählt mich. Ja, lieber nicht. Auf keinen Fall. Du bist ein Fascho. Du bist echt ein Fascho. Ah, ja. Cool. Weil ein Bogen geschlagen wurde jetzt dafür, dass der FBI nicht auf dann ein Handy zu... Wir waren doch bei den Drohnen. So ernstes Themen heute, ey. Voll tiefgründig. Ja, sowas passiert halt auch schon mal, wa? Naja. Muss man ja auch mal zwischendurch drüber reden. Ansonsten kamen... Die DICE Awards kamen. Sind raus. Fallout 4 konnte sich gegen Witcher 3 durchsetzen. Und den Titel Spiel des Jahres gewinnen. Hat jemand das verfolgt von euch? Äh, noch nicht. Ich hol's schnell nach. Was ich spannend fand, ich hab's nur auf Twitter gelesen, dass wohl Heroes of the Storm ein bestes Strategiespiel geworden ist. Echt? Ja. Hört sich jetzt blöd an, aber ist ja auch nicht schwer. Es gab ja auch keine. Warte mal, ich muss mal eben gucken, was da nominiert war. Äh... Ja, ich guck' auch gerade. Wow, so viele. Achieve mit Art Direction Characters. Ja, City Skylines war dabei. Ja. Boah, das sind aber auch zwei ganz unterschiedliche, finde ich, also... Ja, ich find bloß diese Kategorie Heroes of the Storm Strategie-Simulation ist es halt nicht. Ja. Also... Vor allem, weil da auch noch mit drin ist, Fallout Shelter. Ja, ja. Ich glaub, das Strategien-Genre war da sehr willkürlich. Ja, wirklich. Vergleich mal City Skylines, Fallout Shelter und Heroes of the Storm und Sachen mal einfach so pauschal. War das echt das beste Spiel. Ist das gleiche Genre hier? Haben wir... Ah, schon echt ein bisschen komisch. Ich sehe immer so das Problem mit diesen ganzen Preisen, dass du da teilweise so Kategorien hast. Oh, guck mal. Ich hab hier... Oh, ich hab hier einen super Artikel gefunden. Oh, Mensch. Counter-Strike Global Offensive. Gibt's ja jetzt ein neues... ähm... Neue Mission. Wie heißt das? Firewatch oder so. Nein, Quatsch. Aber ja, eine neue Operation. Neue Operation. Und jetzt Kontroverse um neue Mikla-Map. Türkische Spieler beklagen. Rassismus. Wow. Das ist genauso wie damals auf Modern Warfare 2 auf Favela. Mit dem Mos... Irgendwas... Mit dem Plakat über dem Klo. Echt? Ja, ohne Spaß. Ach, das stimmt doch. Modern Warfare 2 gab's damals auf der Ursprungsfavela-Map in irgendeiner Toilette hing irgendein Plakat. Da stand auch nix Wildes drauf, wenn man das mal aus unserer Perspektive sieht. Aber irgendwie heißt das, äh, ein Plakat mit dem Namen des Propheten oder so darf nicht in dem gleichen Raum hängen, wie, äh, wie halt, äh, wie hier Notdorf verrichtet wird. Genau. Und dann, äh, ja, gab's schon mega Shitstorm. So drei Jahre nachdem, wie das Spiel draußen ist. Das hat dann dem halt aufgefallen. Das ist ja auch wieder so, weißt du, erst mal wieder richtig, richtig Bullshit. Ja, es ist halt hier auch, da beschweren sich das halt hier, Klischees in der Karte, äh, irgendwie thematisiert werden und drinstecken und das sind ja alles Klischees und das ist ja nicht so und das ist auch eben ein Fehler drin. Aber selbst wenn's nicht so ist, ist das ja ein Spiel, ne? Ja, aber die regen sich ja dann natürlich direkt auf, ne? Kennst du ja. Aber Klischees helfen ja auch immer, Dinge schneller zu begreifen. Weißt du, aber so Nazi-Spiele, ne? So Nazi-Spiele, die gehen immer in Ordnung, ne? Ja, eben. Das ist ja so, auch wie wenn Deutsche in Videospielen immer dargestellt. Entweder sind sie die Nazis oder die biesaufenden Typen, so, ne? In Lederhose. Und das ist okay, ne? Also, ich denk, Klischees bedient man sich ja nur einfach damit, der Rezipent es einfach schneller versteht, was da passiert gerade so. Ja, und was halt lustig ist. Ein bisschen. Muss ja nicht immer witzig sein, Klischee, also kann ja auch sehr witzig sein. Die Meinung, dass man das witzig findet, ist ja auch nichts Schlimmes. Also sollte nichts Schlimmes sein. Wenn man darüber lachen kann oder so, sollte das nicht irgendwie als negativ bewertet werden. Das ist halt immer auch so. Das ist genau wieder so ein schlimmes Thema, wie alle, die wir davor wieder hatten. Mann, das ist auch so eine gefährliche Diskussion nach der anderen. Ja, deshalb hab ich mir die auch gerade direkt rausgesucht, weil es so schön passt. Ach ja. Gefährlich, ja. Sag ich jetzt lieber nichts zu. Da sagen wir lieber nichts zu. Aber habt ihr schon die neue Operation gespielt? Nee. Ich ja. Und, Dado, was sagst du? Bist du schon wieder hier Global Elite? Also, es wird sich extrem um die neue Operation beschwert. Also, es ist nicht wegen solchen Sachen, sondern die Leute sind einfach echt nicht mit den Maps einverstanden. Und ich hatte halt gestern relativ lang gespielt. Ich kann es diesmal nicht nachvollziehen. So, als die letzten Male mal so Probleme gab, dass die Maps nicht so geil sind. Okay, das konnte ich verstehen, aber ich find das Update jetzt ziemlich gut. Ich glaub, irgendwie steh ich damit alleine. Du fandest ja auch schon den Revolver gut. Ich fand auch den Revolver gut. Was ich nicht so gut find, ist, diesmal sind echt wieder so vollbehinderte Skins dabei. Ja, die Skins sind wieder unglaublich hässlich. das richtig. Also, ich weiß nicht, was für Designer die da haben oder was für Dinger die auswählen bei der Community. Da sind ja auch viele Community-Skins, glaub ich, ne? Ich glaube, sogar alle immer. Also, meistens. Wo ich mir dann denke, wer wählt die denn aus? Die sind zum größten Teil entweder immer gleich, also Hyperbeast, Shotgun, wow, oder so eine Elite-Bild-AWP, ja, wow, auch ganz großes Kino. Aber dann auch die Neuen, die sind einfach so, boah, nee, weiß nicht. Echt nicht schön. Tut mir echt leid. Und das, äh, hast dann wieder keinen Bock, wie Kisten aufzumachen. Mach's dann wahrscheinlich trotzdem, aber trotzdem irgendwie. Ich hab noch nie eine Kiste aufgemacht. Nicht, Mikkel? Solltest du mal tun, erste Kiste ist immer ein Messer. Ist immer ein Messer. Ja, auf jeden Fall. Aber nicht hier die neue, äh, Kiste aufmachen, weil da ist kein Messer drin. Auch ein Bowie-Knife. Sogar ein ganz neues Messer. Echt? Wieso sicht das denn nicht? Das ist ein neues Knife. Wenn ich mir jetzt einen Schlüssel kaufe und eine Kiste öffne und da ist kein Messer drin, ne? Dann haben die das mit dem Patch-Gain. Ja. Vorher war das nämlich immer so. Bis gestern ging das noch. Muss ich mir erst mal angucken, das Knife. Voll geil. Okay, ihr guckt euch jetzt Knives an, dann hab ich direkt, ähm, außer ihr wollt dazu noch was sagen, haben wir sonst noch ein interessantes Thema vielleicht? Ja. Ja, ich weiß. Haben wir das eine schon angeschlossen? Dass sich da die, äh, die türkische Bevölkerung beschwert? Achso, ja genau. Da ist das, äh, uninteressant geworden. So, die Frage ist, was ist denn das Problem? Ich find das wirklich interessant. Ich wollt da mehr hören von Sepp. Also insbesondere Name ist falsch und, äh, halt einige Klischees, darunter das Reiten von Eseln als Terroristenattraktion, äh, Touristenattraktion, äh, und Schießereien unter Familien. Ähm, ja, wow. Okay, also da sind so ein paar Anspielungen auf der Map. Ja. Weißt du, wie denn ist ein Klobild so ein bisschen? Ja, die Frage ist, die, die Frage, die sich halt mir immer stellt, äh, ist, wenn die jetzt Köln nehmen würden, ja, und die würden daraus eine Map machen und die würden dann von mir aus irgendwie, keine Ahnung, Angela Merkel nehmen, die überall dann schaut mit ihrer Raute, mit einem Kreis da steht, die dann mit ihren Händen formt, ja, und die sieht ein bisschen anders aus. Würde ich mich dann beleidigt fühlen? Wieso, wieso fühlen sich eigentlich irgendwelche Leute aus dem Nahen Osten so oft immer beleidigt? Ja, weil sie da halt immer ein offenes Gehör finden, weil sie dann Counter-Strike oder dann, dann Valve dann direkt denkt, oh nein. Oder vielleicht andersrum? Oder fühlen sich Deutsche einfach nur irgendwie nicht beleidigt? Sind wir da die Ausnahme? Ich kann das gar nicht einschätzen. Ich glaube, das ist, das ist zwar vielleicht, ein bisschen weit gegriffen, aber ich glaube, dass es sich für Deutsche einfach nicht gehört, sich darüber aufzuregen, wenn jemand was über Deutschland sagt, weil das haben wir ja schon mal gemacht, so nach dem Motto. Ich glaube, das ist immer noch so ein bisschen verankert drin, deswegen regt sich auch keiner auf, wenn, also klar, es regt sich auf, dass Deutsche mit Nazis verglichen werden oder gesagt wird, dass Deutsche immer noch Nazis sind, aber ich glaube, dass es immer noch so ein bisschen drin ist, ja, wir dürfen ja eigentlich nichts sagen. Das ist ja ein ganz guter Exkurs, was genau das angeht, das ist nur Streetfighter, da gab es ja, wenn man auf Amazon vorbestellt, äh, ein zusätzliches Outfit für den Diktator, ja, und, äh, das sieht so aus, ich habe euch das mal gepostet. Mhm. Also, ich glaube, andere hätten sich darüber wieder beschwert. Nee, das ist doch, das ist doch authentisch. Sieht aus wie, wie, wie hier bei dem einen Film, wie hieß der nochmal mit dem Nazi-Film auf dem Mond? Äh, Iron Sky. Iron Sky. Ich finde das gar nicht schlimm, der streckt einen schwarzen Mantel bei Battlefield, äh, Free-to-Play, haben wir auch damals einen schwarzen SS-Mantel gehabt und eine Mütze und ich fand's echt das ziemlich lustig. Genau, wir finden das, äh, nicht schlimm oder wir finden das lustig oder sonstiges, aber ich denke, bei anderen wäre das wieder, hier das geht, so wieder, das ist ein bisschen weich. Warum fühlt man sich denn persönlich, warum fühle ich mich denn persönlich beleidigt, wenn ein Typ, ja, der von mir aus, äh, die Türkei gegründet hat, seit keine Ahnung, wie viele Jahren ist der tot, wenn der auf einem Konterfei, äh, satirisch dargestellt wird, wieso beleidigt mich das persönlich? Ich meine, von mir aus noch die Familie, von mir aus noch den Angehörigen, von mir aus die Nachfahren, ja, aber irgendein, irgendein x-beliebiger Mitbürger der Türkei, wie kann der sich denn darüber aufregen? Ich weiß nicht. Das ist einfach vielleicht kulturell wirklich ein Unterschied, weil die regen sich irgendwie immer über sowas auf. Es ist ja die Frage, wer sich da jetzt aufgeregt hat, das darf man jetzt auch wieder nicht über den Kamm scheren, waren das jetzt wirklich alle in der Türkei oder war das jetzt so eine Gruppierung? Nein, das ist eine Gruppierung, auf jeden Fall, also so eine kleinere Gruppierung. Also diese Shitstorms im Internet werden ja immer, also von einer relativ übersichtlichen Gruppe losgetreten. Achso, was hier auch noch drin steht, darüber hinaus, werden eine fehlerhaft dargestellte türkische Flagge und das vermehrte Auftauchen von Penisdarstellung etwa durch die Zeichnung einer Banane oder zwei Äpfel. Ja, ein anderer Gegner kommt noch dazu. Das ist ja auch gar keine offizielle Map, sondern, nein, das ist eine offizielle Map. Das ist nur eine offizielle Map. Also keine von Wall. Nee, das stimmt, aber die Community Maps in den neuen, in den Operation Paketen sind immer, die war da mit drin, so, oder? Genau, das ist eine neue Operation Map, also eine der offiziellen neuen. Aber die ist jetzt wohl wieder rausgenommen worden. Nein. Doch. Ich hab heute einen Patch, dass die, oh. Ja, im Steam Workshop ist sie nicht mehr erhältlich nach 8.17 Uhr. Ist die Meldung zumindest. Ja. Das kann ich überprüfen, weil im Workshop kann sein, dass die da alle rausgenommen werden, wenn sie in die Operation kommen. Aber die kamen ja, die kamen ja offiziell als Operation Map rein. Müsste die ja jetzt im Spiel deaktiviert worden sein. Das kann sein, dass die einfach deaktiviert ist, dass sie nicht anwählen können. Ja, das kann ich nicht sagen. Aber ganz ehrlich, ich finde das halt einen Schwachsinn. Du kannst, es wird doch immer irgendjemand angepisst. Das steht ganz ehrlich, wenn wir jedes Mal darauf hören würden, als Pete's Meet, ja, wenn wir ihm was sagen und irgendeiner fühlt sich angepisst, äh, boah, Alter, da kannst du ja gar nichts mehr sagen. Der App ist noch drin übrigens. Ja, zu Recht auch. Ganz ehrlich, Einzelnen, wenn da irgendwas satirisch dargestellt wird. Ganz ehrlich, ich fühle mich ja auch nicht beleidigt, wenn Hitler durch den Kakao gezogen wird. Ja, zum Glück nicht. Ja, das ist ja auch Österreich. Ja gut, ich fühle mich auch nicht beleidigt, wenn Konrad Adenauer durch den Kakao gezogen wird oder aktuell Merkel, weißt du, oder kann auch in Griechenland, äh, wird Merkel dann hier von, wie wir uns mit Binde und Hitler war dargestellt, der steht ja auch nicht auf und läuft durch Köln, Demonstration, Griechenland, raus aus der EU, weil die, äh, Ja, aber ich glaube, das sind eben auch andere Mentalitäten und so, die man da hat, das ist eben, hast du vielleicht auch eine eigene, andere Verknüpfung da mit der eigenen Kultur und so, ähm, also ich würde mir jetzt nicht mutmaßen darüber zu urteilen, wie ein Türke sich mit seiner Geschichte verknüpft fühlt, weil ich es nicht weiß, ähm, ich glaube, das ist sehr groß und stolz auf den Atatürk, weil der ja sehr viel gemacht hat, keine Ahnung. Das ist ja auch okay, aber es zeugt doch auch von, es zeugt doch auch von eigener Größe, sowas mit Humor zu nehmen. Ja, aber dann guck mal, da gewinnt niemand, wenn man sich über sowas immer aufregt, so, aber dann guck mal, dann guck mal Charlie Hebdo, ne, die machen eine Karikatur und werden direkt in die Luft gesprengt. Also eine Karikatur von, ne, ja, ja, aber das finde ich tatsächlich, ich finde das, da muss man echt ein bisschen differenzieren, weil ich finde Charlie Hebdo, also ich finde schon, dass man sowas dürfen muss, sich auch, also sortiere zumindest, sich über irgendwas lustig zu machen, aber ich finde schon, dass es da auch tatsächlich eine Grenze gibt und wenn man sich wirklich über was lustig macht, was Leute sehr schätzen, zum Beispiel über eine Religion, ich finde, dass es da schon Grenzen gibt und dass man da schon Dinge irgendwie respektieren muss. Ich finde jetzt nicht, dass es irgendwie, also das mit dieser Map scheint offensichtlich jetzt nicht so schlimm zu sein, das kann ich jetzt nicht verstehen, aber wenn man sich jetzt über Mohammed lustig macht, ich finde schon, dass es da irgendwo Grenzen gibt. Also das geht jetzt auch wieder sehr weit, aber für mich persönlich ist es immer wichtig, dass so eine Satire nicht immer nur sich einfach drüber lustig macht, um sich drüber lustig zu machen, sondern dass da auch irgendwie eine Aussage hinter steckt, irgendwie das etwas kritisiert oder so. Ich weiß nicht, ob das sogar Teil von Satire ist. Ja, klar, muss es auf jeden Fall. Deswegen ist ja auch jetzt, um wieder zurückzugreifen, Julian Spock ja auch da verurteilt worden, weil es halt eben nur, ja, Hetze war in dem Sinne und jetzt wirklich keinen intelligenten Hintergrund hatte, aber trotzdem gibt es da halt irgendwo auch schon Grenzen, wo man sagen muss, okay, das geht jetzt zu weit, dass es wirklich jetzt nur noch lustig machen und so und das ist einfach nur des Witzes wegen gemacht. Aber das Problem ist halt, für sowas Grenzen aufzustellen, wann ist es denn zu weit? Ja, und wer entscheidet das? Genau, wer entscheidet das? Das kannst du ja nicht machen. Ja, aber das geht dann einfach, weißt du, die Menschen müssen dann erkennen, okay, so weit darf ich nicht gehen. Weißt du? Ja, aber du musst ja, aber das ist halt in Satire, genauso wie in der Wissenschaft, es muss immer irgendeinen geben, der eine Grenze übertritt und zu checken, ob das cool ist oder nicht. Ja, klar, aber da muss er auch die Größe besitzen und dann, wenn er es merkt, okay, da bin ich jetzt zu weit gegangen, auch zu sagen, okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen zu viel. Ja, gut, aber ganz ehrlich, das spielt ja keine Rolle mehr, dann hast du so ein Ding gemacht, selbst wenn du dich entschuldigen würdest, würden dir alle auf den Sack gehen. Genau, ist doch jetzt auch der Fall gewesen, hier, wie du schon hast, Julien's Blog, da kann ich es auch nicht sagen, ja, Leute, Entschuldigung, war zu viel. Ja, aber das lässt dich auch nicht entschuldigen. Aber es ist nicht genau das, was du gerade gesagt hast. Nee, also, ich finde, ich finde, also Julien's Blog ist halt eben, er hat einen Witz gemacht und es war kein intelligenter Hintergrund, er hat es einfach nur gemacht, um zu unterhalten und um den Witz quasi zu bringen. Er hat den Witz des Witzes wegen gebracht und das ist, finde ich, dann... Aber das ist eine Unterstellung, du dir den machst, rein hypothetisch und ich weiß, das könnte sein, kann also sein, der schreibt sich ja seine Texte auf, dachte so, das ist voll der coole Satz, bring den, ja, und dann kriegt er damit voll die Probleme aber und hat sich das aber gar nicht so dabei gedacht und wollte eigentlich dann, dass es auch cool rüberkommt. Er hat sich nicht dabei gedacht, wenn er sagt, er will die Lokführer vergasen, ich finde das schon ziemlich eindeutig. Also, wenn man sich dabei nichts denkt, dann läuft es ja eh irgendwas falsch. Ja, dann hat man es eh nicht verstanden und das ist halt kein, das hat keinen Hintergrund, weißt du, da kann ich jetzt nicht als, da kann ich jetzt nicht differenzieren, um zu sagen, okay, als Zuhörer, okay, das hat er jetzt nicht so gemeint, aber er will damit eine Message rüberbringen und das ist da halt eben nicht gewesen, aber wenn ich jetzt irgendwie Witze über Mohamed mache und die aber irgendwie ein bisschen intelligent sind und sowas, dann finde ich es okay, aber sobald es zu weit geht und wirklich nur noch eine ganze Gruppe von Moslems jetzt halt eben diskreditiert, dann finde ich, geht es wieder zu weit. Ja gut, aber war denn dann Charlie Abdo für dich zu weit? Äh, da hab, also, da hab ich jetzt mich nicht so viel mit beschäftigt, ich weiß jetzt nicht, was die da vorgemacht haben, aber, ähm. Die haben nur die eine Karikatur gemacht, die die, äh, eigentlich hatten. Gut, die haben ja schon länger über, über Moslems und sowas aber die war halt am schlimmsten und das Problem ist halt, da hast du dann noch kulturell halt noch die Unterschiede, jetzt, ja, ist doch nicht schlimm hier, Jesus wird da auch mal ständig verarscht und, ähm, und das stört mich nicht, aber die haben halt einen anderen Bezug zu ihrer Religion, wie du jetzt zum Beispiel zu Jesus oder zu Gott oder an wen auch immer du glaubst. Ja, ja klar, auf jeden Fall. Gar keinen. Genau, ne? Ähm, von daher ist das halt, du, du kannst es, du kannst es selber wahrscheinlich gar nicht beurteilen, wie die das dann auffassen äh, und wie das, die das beleidigt und, ähm, das macht es halt so schwierig dann zu urteilen, ist es jetzt okay oder nicht. Ja, es rechtfertigt natürlich nicht das, was da jetzt passiert ist, logischerweise, dass, was das nicht rechtfertigt, genau. Das ist, also, Leute dann abzuknallen, deswegen ist sowieso total das Dümmste, aber halt eben, man muss, ich finde schon irgendwo auch Grenzen sehen, auch bei Satire und das ist irgendwie, auf der Map jetzt vielleicht nicht, aber bei anderen Sachen hin und wieder mal schon. Joa. Joa. Schwieriges, ja, schwieriges Thema. Ist es auch. Ist es auch. Wir haben heute nur schwierige Themen. Boah, immer diese, diese Pflegekinder, ja. Ja, es sind echt überall Pflegekinder, aber ist trotzdem ziemlich spannend, wie gesagt, gerade so Tiere und so, wie in Deutschland heißt es ja normalerweise immer, Satire erlaubt alles, solange es als Satirer kennbar ist. Ja, das Gute ist ja auch, wenn wir, wenn wir satirisch reden, wenn wir jetzt hier in unseren Folgen irgendwie über irgendwas herziehen und, und verarschen und keine Ahnung, dann musst du es ja auch erst mal erkennen. Ja, aber die Sache ist halt, also es gibt halt den Unterschied, zum Beispiel, wenn Julien Splog halt keine, keine Volksverhetzung gemacht hätte, sondern irgendwas anderes mit den gleichen Wörtern beleidigt hätte, ja. In dem Fall halt von mir ist er nicht die Juden, um halt Volksverhetzung zu machen, sondern von mir aus keine Ahnung, seine Nachbarn genannt hätte, stattdessen, ja, die einfach vollkommen anonym sind in dem Verhältnis, dann wäre der wahrscheinlich da ohne Probleme durchgekommen. Das war halt der Strafbestandteil der Volksverhetzung. Diese Entscheidung, die dahinter steckt, ist ja auch wieder so schwer. War es dein Hintergedanke, Volksverhetzung zu betreiben? Genau, und das muss dann halt jemand anders entscheiden. Dadurch, dass er keine Reue gezeigt hat wahrscheinlich, oder dass er, wie er sich gegeben hat, hat er wahrscheinlich da nicht den Eindruck gemacht. Ich glaube nicht, dass er Volksverhetzung machen wollte, das kann ich mir im besten Willen nicht vorstellen. Ich glaube halt, der wollte halt aufgrund seiner Rolle Julien Sparks maximal provozieren, und er hat dann halt diese Grenze überschritten und der Richter hat gesagt, sorry, zu weit, da hat er sich jetzt eine gefangen. Soweit so okay. Aber dass er sich wirklich dahingesetzt hat und gesagt, okay, ich werde das jetzt machen, um halt in dem Fall die Juden zu verunglimpfligen, glaube ich halt wiederum nicht. Ich glaube, er hat es gemacht, um zu provozieren. Da stellt sich wieder die Frage, ist das noch Satire oder nicht? Und wann ist es so weit? glaube ich nicht. Ich glaube, meines Erachtens war es einfach nur dumm und plump. Ja. Ja. Ja, genau. Aber das ist halt wieder drum deines Erachtens. Genau deswegen finde ich es halt so schwer, was auch Andi sagt, die Leute, man muss das halt merken. Wie gesagt, der eine findet es halt dumm und plump. Ich habe das Originalvideo damals gesehen, ja, und ich kann halt mit solchen Sachen relativ gut umgehen und ich finde halt, ich finde halt einen Unterschied, ob jemand halt sich da hinsetzt und macht halt irgendwelche dummen Sprüche und so weiter, wo ich mir denke, so, ja gut, der labert halt, aber die Wahrscheinlichkeit, dass der jetzt auf die Straße geht und sich zwei Leute schnappt und die kaltblutig ermordet, ist halt so, sehr klar erkannt hat, dass das, was Julian gelabert hat, an und für sich immer mega übertrieben ist und ziemlich viel Bullshit ist und lustig ist auf der einen Seite oder auch eben nicht, je nachdem, wie man halt humorisch gestaltet ist, aber für mich war das halt nicht so, dass ich dachte, oh, weißt du, das ist jetzt aber, das ist jetzt aber, aber knastwürdig, sondern für mich, ich habe damals halt dieses übliche, so, dieses, oh, harter Witz, weißt du, so habe ich damals reagiert. Aber wo ist der Mehrwert daraus? Also, was, wo ist der Mehrwert von unseren Videos? Ja, aber der gesellschaftliche Bildung. Ja, gut, aber das ist ja ein Unterschied, weil ihr verstoßt ja jetzt nicht unbedingt gegen irgendwelche Gesetze. Nein, deswegen, deswegen sage ich auch, deswegen sage ich auch, ist ja auch okay, dass der dafür jetzt sich eine gefangen hat. Das ist vollkommen legitim. Aber ich würde ihm halt trotzdem nicht persönlich als, als Volksverhetzer darstellen, so, dass er das halt meint, sondern er hat halt mit dieser Figur übertrieben, die Aktion war nicht in Ordnung, damit hat er sich eine gefangen. Aber es ist halt für mich immer noch der große Unterschied, ob die Person dann trotzdem dahinter den Gedanken hatte, als es geschrieben hatte. Ich will jetzt Volksverhetzung betreiben oder, und das glaube ich halt eher, ich will maximal provozieren und damit hat er halt die Grenze überschritten. Für mich ist halt immer wichtig, was war die Intention? Wenn ich dir jetzt eine klatsche, habe ich dir auf die Fresse gehauen. Wenn ich stolper und dir dabei die Nase breche, wüsste mir wahrscheinlich vergeben, weil es ein Unfall war. Ja, aber trotzdem finde ich, muss man da schon, ja. Ja, deswegen ist es auch okay, dass er sich eine gefangen hat. Aber für mich wäre es übertrieben gewesen, wenn er dafür jetzt irgendwie 15 Jahre in den Bau gegangen wäre. Ja, klar. Ja, das auf jeden Fall, aber ... Wie gesagt, der hat jetzt acht Monate Bewährung und so weiter und der soll sich zurückhalten. Definitiv vernünftig und natürlich müssen einem Grenzen aufgezeigt werden. Aber die Intention der Leute ist für mich halt immer auch eine ganz wichtige. Genauso halt dann auch wie bei den Karikaturen. Habe ich mich da hingesetzt, weil ich halt gesellschaftliche Kritik machen wollte und ich war dafür beim Zweifel einfach nur zu blöde oder keiner hat es verstanden, wie auch immer. Und deswegen ist Charlie Abdeo in die Luft gesprengt worden oder habe ich gesellschaftliche Kritik gemacht, um halt Leute einfach nur zu beleidigen. Und dieses Urteil maße ich mir halt nicht an. Weil kann ja auch wirklich einer sein, dass da einer saß und dachte einfach so, boah, ich will jetzt einfach mal richtig krass gesellschaftliche Kritik üben auf eine coole Art. Hat sich halt einen Witz ausgedacht, hat sich selber mega weggeschossen, hat den Leuten erzählt in der Umgebung und dachte so, das ist voll gut, das ist voll gut. Lädt's hoch, keine Sau versteht's und auf einmal ist das gewollte Luft gesprengt. Aber im Fall von Julians Block war es doch gar nicht so, dass er jetzt gesellschaftskritisch sein wollte, oder? Ja, genau. Das weiß ich, genau. Ja, aber genau. Ich glaube auch nicht. Aber die Frage ist, das wissen wir nicht. Ja, aber hat er sich irgendwie dazu geäußert, was er damit irgendwie bezwecken wollte? Er hat sich selbst gar nicht dazu geäußert. Ja. Aber das würde ich auch nicht machen. Wenn ich verurteilt werden würde, würde ich mich auch nicht öffentlich dazu äußern. Weil, so warum, weißt du? Aber ich meine, sein Gedankengang, ich will jetzt nicht sagen, dass er ein Lamm ist, auf keinen Fall. Aber sein Gedankengang, ich maße mir halt nicht an, dass ich weiß, was er sich gedacht hat, als er das geschrieben hat und dann gemacht hat. Er sagt, es kann halt sein von, er wollte die Juden verunglümpflichen, bis hin zu, er wollte einen Spruch bringen, bis hin zu, er wollte tatsächlich irgendwie, eigentlich war sein Punkt irgendwie, sein Gedankengang eher der GDL. Und er hat halt so nebenbei, in dem Fall hat er die Juden als Vergleich genommen. Alles nicht in Ordnung, aber die Intention dahinter ist trotzdem halt immer eine andere. Ich würde halt den, den, den Volksverhetzer, der wäre für mich halt viel schlimmer, als den Typen, der halt das anders gemacht hat und halt die Juden als Vergleich genommen hat und damit halt über die Strecke geschlagen hat, was auf keinen Fall in Ordnung ist, aber, das ist halt für mich weniger, das ist beides schlimm, aber weniger schlimmer als das andere. Boah. Jetzt sagt keiner mehr was. Alle tot. Ja, das ist alles halt subjektiv. Ich glaube, wir haben jetzt auch alles zu dem Thema gesagt, was man sagen kann. Nächstes Thema. Ne, wir gehen in die Werbung. Ne, wir haben noch ein kurzes Thema. Eine ganz kurze Sache. Und zwar gibt es ein indisches Smartphone, das ist für 4 Euro mit 4 Zoll, Display Quad-Core und 8 GB. Voll krass. Was, wo? Für 4 Euro. In Indien. Ein indisches Smartphone für 4 Euro, 4 Zoll, Display Quad-Core und 8 GB. Krass, ne? Finanziert sich durch Werbung und vorinstallierte Apps, richtig? Äh, blablabla. Kann sein. Hab ich gelesen, irgendwie. Ist auf jeden Fall 4 Coors. Gibt es eigentlich auch nur in Indien, also kannst du halt nicht hier bei Amazon kaufen. Macht wer in der nächsten Zeit Urlaub? Hm. Bin aber so ein totaler Hardware-Noob. Ist das gut, was da drin ist? Also, die GameStar schreibt zumindest, ist okay. Also, das ist, glaube ich, ein solides, also hier würdest du, glaube ich, so 100, 200 Euro für das Handy auf jeden Fall bezahlen. Also, ich meine, das ist halt so ein stabiles WhatsApp, Facebook, Twitter-Handy, wo du jetzt nicht die Mega-Kamera drin hast und alles, aber wo du halt vernünftig deinen Alltag so bestreiten kannst. Weißt du, das ist wie der Standard-Piezmeat-PC von uns. Du hast halt nicht den Ultra-Piezmeat-PC, sondern den Standard-Piezmeat-PC quasi. Aber für 4 Euro ... Mit dem du zwar nicht zocken kannst, aber deinen Alltag bestreiten kannst. Halt die Standardsachen machen kannst, aber du hast halt, ähm, für 4 Euro bezahlst du quasi nur die Hardware-Kosten, oder nicht mal die Hardware-Kosten wahrscheinlich. Ich weiß auch nicht, wie sie das genau finanzieren. Also, hier steht halt nur, die haben halt mit der Regierungserziehung wie Make in India und Digital India finanziell unterstützt. Und ich glaub, die Regierung gibt halt auch einiges dann dazu, ne? Ja, hab ich ja gleich gesagt. Ja. Ich wollte das nur auch nochmal unterstützen. Bin ja gleiche Meinung. Ja, cool. Dann gehen wir jetzt an dieser Stelle nochmal in die Werbung und anschließend kommen wir wieder zurück mit E-Mails. 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 So, und da haben wir auch bei Seelsorger-TV unseren nächsten Anrufer. Hi. Hallo, wer ist denn da? Hi, hi, hi. Ich bin der Kevin. Ah, hallo Kevin, was kann ich denn für dich tun? Ja, ich bin zwölf Jahre alt und ich will demnächst meinen eigenen YouTube-Minecraft-Channel eröffnen. Und dafür hab ich mir auch einen Laptop geholt bei Mediamarkt, der hat 20 Euro gekostet. Und irgendwie funktioniert das alles nicht, so wie ich mir das vorgestellt habe. Minecraft ist die ganze Zeit am Ruckeln und mit Windows Movie Maker kann ich gar nicht richtig aufnehmen. und ich wollte fragen, ob du eine Lösung für mich hast. Ja, kleiner Kevin, das ist gar kein Problem für dich, ja. Also, erst mal eine gute Idee, selber YouTuber zu werden. Aber dafür brauchst du einfach das richtige Equipment. Da hast du auch gar kein Problem zu bekommen, ja. Du gehst einfach auf www.pizmeet.de Da klickst du oben auf Shop und dann auf Hardware, ja. Und da gibt's dann den Pizmeet-Porno-PC. Und dann drückst du dann einfach auf Jetzt kaufen, ja. Und wenn du den dann gekauft hast, dann kommt der auch direkt fertig zu dir, ja. Du musst nichts mehr machen, du musst ihn nur noch einschalten. Und schon kannst du quasi aufnehmen, sobald du das ein oder andere Aufnahmeprogramm noch runtergeladen hast. Perfekte Grafik, läuft super flüssig, ja. Schafft selbst meine Mutter. Das ist ja super. Ich meine, das passt perfekt für mich, weil ich bin zu dumm, einen eigenen PC zusammenzubauen und meine Eltern haben Kohle wie Asche. Danke für den Tipp. Kein Problem, du klangst auch genauso wie ein kleiner Junge, dessen Eltern Asche wie Heu haben. Yay. Denn deine Eltern hatten Kohle wie Asche. Wir sind zurück mit E-Mails. E-Mails. Wir haben eine wunderschöne E-Mail bekommen von jemandem namens Blocks. Darf ich ihn nennen? Und zwar, er sagt, hallo erstmal. Ihr seid super und der Petcast ist der einzig wahre Podcast. Ihr seid wirklich toll, macht bla bla bla. Bitte? Schreibt mir tatsächlich so, inklusive dem bla bla bla. Also, einer meiner Freunde und ich müssen eine Facharbeit schreiben. Man konnte sich Fach und Thema aussuchen und da wir beide sehr physikaffin sind, stand das Fach für uns fest. Lange Zeit philosophiert sich über mögliche Themen, die man hätte wählen können. Die Themen stehen nun schon fest. Er benutzt Spektronomie und ich Massenspektronomie. An einem gemütlichen Freitagnachmittag fiel mir plötzlich ein originelles Thema ein, worüber man eine Facharbeit hätte schreiben können. Ich hielte Druck auf der Blase und musste dringend urinieren. Dabei fragte ich mich, wenn man einen Menschen züchten würde, dessen Gene ihn enorm groß machen würde, so hätte dieser auch eine riesige Blase. Urin könnte bei genügend großem Druck, beispielsweise durch Gravitation, welche stärker wird, je mehr Masse man sich ansammelt, zum schwarzen Loch werden. Bei welcher Größe hätte ein solcher Mensch mit diesem Problem zu kämpfen? Angenommen, er hätte alle lebensnotwendigen Ressourcen und das schwarze Loch würde sich nun in seiner Blase bilden. Aufforisch erzählte ich meinem Freund von dieser Idee. Er behauptete zu einem, sie sei Bullshit, warum auch immer. Und auch, dass das Züchten von solchen Menschen unmoralisch sei. Dies machte mich nachdenklich. Wenn man einen Menschen züchten würde, wäre das einzig Unmoralische für mich, diesen zu quälen und schlecht zu behandeln. Würde er jedoch Vorteile aus der speziellen Züchtung ziehen, genetisch modifiziert, sehe ich da kein Problem. Was meint ihr? Wie weit darf die Forschung gehen? Und wäre es moralisch oder unmoralisch, Menschen genetisch zu modifizieren? Artikel 1. Ja, echt. Artikel 1 glaube ich schon. Frage beantwortet. Ja, okay, gut. Und was ist, wenn ich sage, geht für mich klar? Ja, dann ist immer noch Artikel 1. Das ist ja deine persönliche Einstellung. Stimmt, das ist immer noch Artikel 1. Aber Menschen züchten ist halt, naja, also finde ich nicht gut. Finde ich nicht gut, geht zu weit. Menschen züchten finde ich auch fragwürdig. Aber warum? Forschung und alles toll, aber ich finde Menschen zu verändern, weil es ist so wie mit Atomkraft. Atomkraft ist gut, Atomkraft ist nur dann schlecht, wenn es in die falschen Hände gerät, beziehungsweise die falschen Menschen damit Kontakt haben. Weil sie dann eigentlich aus dieser doch sehr positiven und hilfreichen Erfindung der Atomenergie, auch wenn sie umstritten ist und gefährlich und alles, aber eigentlich ist es eine gute Sache, eine gute wissenschaftliche Entdeckung. Aber dann hat da einer irgendwann mal eine Bombe draus gemacht und sich gedacht, ach komm, kann man auch eine supergeile Bombe draus machen. Und die wird dann... Kam nicht erst die Bombe und dann die Atomkraft? Aber auch, oder? Aber ist ja auch... Das ist ja egal, weil die wissenschaftliche Entwicklung ist halt da. Was du damit machst, ist halt eine andere Sache. Es wurde ja wahrscheinlich dann auch aus der Idee heraus, eine super Waffe zu machen, entwickelt und nicht aus der Idee heraus, hey, da kann man Energie draus gewinnen. Also von der Entwicklung kommt es wahrscheinlich eher aus der Rüstungsindustrie als aus der zivilen Industrie. Aber nichtsdestotrotz ist halt, ich finde es nicht gut, Menschen zu verändern, weil einfach der Spielraum für Schlechtes zu tun viel zu groß ist. Und Mutanten und sowas... leben heran und weißt gar nicht, was du diesem Leben damit antust, weil es nachher so wieder so eher moralisch, aber dann modifizierst du denen irgendwie einen dritten Arm dran und die sind für ihr Leben total unglücklich, weil sie einen dritten Arm haben und volle Außenseiter sind. Ja, oder alle auf einmal einen dritten Arm haben wollen. Ja, also ich finde das auch in der Hinsicht schwierig. Was ich nicht so, wo ich offen dafür bin, ist es, bei bereits lebenden Menschen Modifizierungen vorzunehmen, die sie aber auch wollen, also sei es zum Beispiel in Krankheitsfällen oder sowas. Achso, ja, du gut, das ist dann hilfreich. Aber so jetzt mal so experimentell sich irgendwie einen Menschen heranzubringen, das hat ja schon was von Frankenstein. Ja, ich glaube, also bei Menschen kann man das am ehesten verstehen, es gibt ja auch Tierversuche, aber ein Mensch, wenn du den von, also schon als Embryo quasi modifizierst und dann wird er irgendwann groß, dann wird dem ja bewusst, dass mit ihm was gemacht wurde und kann das eventuell nicht gutheißen von sich selbst. Ja, aber ist das nicht normal später dann? Und dann ist ja wieder was anderes, oder nicht? Genau, und was ist, wenn ich modifiziert werde als Embryo und ich bin immun gegen Krebs? Ja gut, das ist natürlich ein Vorteil, aber wenn du... Also das sag ich ja nicht, verdammt, Alter, ich kann aber auch nicht an Krebs sterben, das ist doch scheiße. Wenn es gar keine Nachteile gibt, Dennis, wenn es gar keine Nachteile gibt. Ja, klar, aber wenn du jetzt dadurch einen Nachteil hättest, dann wird dir das bewusst und dann kannst du sagen, das finde ich aber nicht gut, dass du das damals nicht mehr gemacht hast. Ja, das wäre zum Beispiel scheiße. Und wenn du dann sagst, Und wie willst du das entscheiden? Ja, genau. Aber wenn der sich jetzt während dem er lebt schon entscheidet, okay, ich möchte das und gehe das Risiko an, dass ich dann keine Haare mehr habe, genau. Warum sollst du es ihm dann verbieten? Jeder ist ja für sich selbst verantwortlich. Ja, also das steht für mich auch außer Frage. Also während man lebt, sich zu verändern, ist halt, ja, wie jeder möchte. Das ist genauso wie mit Tattoos oder so, weißt du? Ja, oder wenn du jetzt eine Frau zum Mann umoperieren lässt, das ist ja quasi auch Genau. Oh, ich wollte aber eine Tochter. Komm, wir machen jetzt mal unser Kind. Wie war das, Mikkel? Was denn? Nix. Ja, aber also die Ausgangssituation ist ja jetzt eher, darfst du ja darüber reden, ob man irgendwie eine Blase entwickeln sollte, die ein schwarzes Loch hat oder so, ne? Nee, Menschen so weiterzuentwickeln oder umzumodellieren, dass sie halt irgendwas Besonderes können. Okay, siehst du, da habe ich schon die E-Mail nicht mehr irgendwann verstanden. Wie soll ich denn jetzt zu dem Thema reden? Ist ja nicht schlimm, aber eigentlich, ich glaube eher der Konsens bei uns ist nicht machen, ne? Also nicht an den, an den menschlichen Genen. Aber wie ist das denn, wie ist das denn, wenn halt ein Embryo da ist, von dem man schon weiß, dass er irgendwas Schreckliches haben wird? Dann sind wir wieder bei der Diskussion, die wir mal hatten, wo du, bevor du dein Kind bekommst, kannst du halt quasi entscheiden, wie dein Kind aussieht oder was für Krankheiten es hat oder nicht hat oder sowas. Das hatten wir ja schon mal so eine Diskussion. Das stimmt, die hatten wir schon mal. Und wenn du, wenn du sagst, okay, mein Kind hat dafür dann keine Krankheiten und ist dann nicht behindert und hat nicht, hat keine Kindeskrankheiten und alles und kriegt keinen Krebs und hast den nicht gesehen, dann ist das einerseits gut, aber dann veränderst du an dem Kind selber so nichts, nur an seinem Gesundheitszustand quasi von dem, was man da erwarten kann. Aber wenn du jetzt sagst, okay, du sollst eine große Nase haben und Dumbo-Ohren und Glatze und sowas, dann verstand das dein Kind. Weil so mache ich mein Kind immer Dumbo, auch eine große Nase und Glatze. Und dann ist Jonathan und dann ist es gut. und ich nehme ihm die Fähigkeit zu golfen. Ah, mein Jonathan. Das ist halt, finde ich, finde ich dann, dann finde ich es nicht gut. Aber wenn du so Krankheiten, so schlechte Sachen halt davon abwenden kannst oder Fehlbildung, dann finde ich es gut. Aber so rein auch Spaß oder nur weil, keine Ahnung, ein großer Arm praktisch ist, weil du dann ganz toll Arm drücken kannst, finde ich nicht so. Finde ich unnötig. Also würdest du sozusagen Abtreibung und Befürworter? Ich bin theoretisch ein Abtreibungsbefürworter, ja. Okay. Weil das ist ja prinzipiell genau das. Also man kann ja feststellen, okay, das Kind wird mal wahrscheinlich geistig behindert und dass man dann sagt, na ja, dann treibe ich es halt ab. Genau. Ja, ja, das stimmt. Hm, spannende Frage. Hoffen wir, dass wir die damit beantwortet haben. Gehen wir uns etwas leichterem. Hi, mein Name ist Hans Schwanz. Und er kommt aus der Nähe von irgendeiner Stadt. Mich würde interessieren, wie ihr zum Thema Klamotten steht. Ich habe viele Freunde in meinem Kurs, die nicht immer neuesten Klamotten haben, damit sie beispielsweise von seinem größeren Bruder hat. Hashtag NoHate. Somit kam er mir die Frage auf. Wie steht ihr zur Markenkleidung? Interessiert sie euch? Hashtag Peter, du Spießer. Oder achtet ihr schon mal drauf? Oder achtet ihr schon mal drauf? Habt ihr Lieblingsmarken? Achtet ihr auf den Preis? PS. Gut, dass du so viel mit Dano machst. Könnt ihr auch mal einen Podcast mit ihm machen. Na gut. Ausnahmsweise. Nächstes Mal. Ich bin bejaht. Ich bin bejaht. Du stehst auf Markenkleidung? Ähm, okay, die Markenkleidung-Sache. Ähm, ich bin, ja, also ich stehe auf Markenkleidung. Aber es hat, glaube ich, nicht damit zu tun, dass ich die jetzt irgendwie schöner, besser oder sonstiges finde. äh, es ist eigentlich mittlerweile so, dass du nur noch mit Markenklamotten irgendwie in Verbindung kommst. also ich kann man, da kennt ihr noch viele Läden, wo es ganz normale, klassische Kleidung gibt. Aber die gibt's, finde ich, ist bei mir alles nicht in der Nähe. Also so, für mich ist es... Dano wohnt halt in Düsseldorf an der Krühe. Nein, so ist das nicht. Aber... Mittendrauf, auf dem Palast, weißt du, also es ist halt so... Ich finde, das Thema hat sich mit der Zeit so krass geändert. Es gab erst, nennen wir jetzt mal die Nicht-Markenkleidung normale Kleidung als Beispiel, nur damit es einfacher ist. Diese normale Kleidung gab's erst viel, viel mehr und dann gab's zusätzlich etwas Markenkleidung. Das kam ja alles auch erst, als ich so, äh, selbst noch zur Schule gegangen bin und so weiter. Und, äh, jetzt mittlerweile ist es so, dass doch eigentlich sich das irgendwo eingebürgert hat, dass doch fast jeder Markenkleidung hat und trägt und es auch... Aber das kann sich ja nicht jeder leisten. Also wenn du, wenn du eine Familie hast, ein Selbsterzieh... äh, also, machst du eine Mutter, Selbsterziehung, die nicht arbeiten kriegen kann, von Hartz IV lebt und dann noch zwei Kinder hat, willst du denn denen Mackenklamotten kaufen? Selbst wenn du es nicht kannst, dann nochmal zu der Ursprungsfrage, ich find es nicht schlimm, wenn man sie nicht hat oder Sonstiges. Also, den Unterschied, ich würd das gar nicht so differenzieren. Ich denk, es ist, für mich ist es eher so so ein, vielleicht ein persönliches Ding, aber nicht irgendwie das, was ich als Urteil oder Sonstiges nehmen würde. Ich kann auch so gar nicht mehr einschätzen, wird man heute dafür überhaupt noch fertig gemacht? Und darauf wollte ich ja... Das kann ich halt auch nicht einschätzen, weil wir halt daraus sind, quasi aus dem... Ich bin auch so ein Mensch... Aber war es bei euch so? Nö. Vor eurer Zeit, also nicht bei euch, aber so habt ihr das mitbekommen. Vielleicht gab es das ein bisschen. Ja, also, doch. War es halt der Coole, wenn du Markenkleidung hattest, warst du der Coole, du warst aber halt nicht der Oberrandziege, wenn du keine hattest. Aber du warst schon cooler, wenn du die neueste, irgendwas, was Jacke hattest und keine Ahnung, den Eastpack hattest und nicht den... Ja, Eastpack war aber uns auch so. ...beliegenen Scout oder so. Und Fishbone oder wie hießen diese... Fishbone, Fischbone. Ja, ja, Scout. Ähm, also... Ich bin auch so ein Typ so, ich könnte gar nicht sagen, was Markenklamotten sind und was nicht. Ich kaufe immer einfach, was mir gut steht. Ja gut, bei Typen ist das so schwieriger. Du kaufst, was dir gut steht. Aber es ist doch dann eigentlich auch wieder ein Markenprodukt, oder nicht? Nee, es kann auch... Ich finde, die liegen ja... Ich finde, ach, das ist irgendwie komisch zu erklären. Aber ich finde irgendwie, wenn du irgendwas in die Hand nimmst, was du sagst, oh, das finde ich aber schön, das ist doch eigentlich immer ein Markenprodukt mittlerweile. Das meine ich sehr... Keine Ahnung, sind so Klamotten von H&M Die Frage ist ja, kannst du dir das leisten, Dalu? Kannst du dir das immer leisten, wenn du was Schönes siehst und kannst du immer kaufen so direkt, oh... Also ich... Ah, YouTube-Money. Ach so, okay. Ich bin so eine Hose für so, ich weiß nicht, 60 Euro wäre mir schon zu teuer, muss ich sagen. Ja, mir auch so. Das ist wahrscheinlich total absurd, weil das wahrscheinlich irgendwie der Preis ist, den du dafür zahlen musst, wenn das nicht irgendwelche Kinder herstellen, aber... Ja, genau. Deswegen so, ich sehe es nicht ein, dann irgendwie für so ein Lacoste-Polo-Hemd irgendwie voll viel Geld auszugeben, was wahrscheinlich aus genau der gleichen Fabrik irgendwie ist. Wenn der Polo-Hemd, was daneben hängt, was nicht das Lacoste-Logo hat, genau das gleiche, ist nur, er hat dafür ein anderes Logo. Daher bin ich da echt so immer eher der praktische Mensch. Also sieht man mir vielleicht auch an, keine Ahnung. Aber das ist es mir wert. Okay. Na gut, kommen wir zu etwas Absurden von Anonymous. Die Schlümpfe und der Kuklux-Clan. Die Serie enthält Anspielung an den Kuklux-Clan, die da folgende wären, ja? Alle Schlümpfe tragen weiße Kapuzen wie die unteren Mitglieder des KKK. Papa Schlumpf trägt als Anführer eine rote Kapuze wie der Anführer des KKK. Alle Schlümpfe sind rein rassig-blau und unterscheiden sich lediglich durch ihre Eigenschaften. Es gibt nur eine Quotenschlumpfhine, die den typischen traditionellen KKK-Küche, Kinder, Kirche, Verhaltensmuster folgt. Die Schlümpfe vollziehen typische KKK-Rituale wie das Feiern und mein Feuer. Gargamel ist der überrusser Feind der Schlümpfe, der nach den typischen Rassenklischees ein mit Haarknase ausgestatteter Schwarzenmagier ist. Gargamel ist ein jüdischer Name. Gargamel's Katze heißt Azrael, ursprünglich Uriel, benannt nach dem Todesengel. Egal welchen von den beiden Namen man nimmt, sie kommen aus der jüdischen Mythologie. Auffällig ist auch, dass nur ein geringer Unterschied zum Wort Israel besteht. So, so werden die lieben Kinder auf dieser Welt auf die weiß-rassistische Weltdiktatur eingesprochen. Ja, ich weiß, klingt lustig, aber jetzt meine Frage, was haltet ihr von der Theorie? Also ich finde die Theorie schon nicht so weit hergeholt. Das Problem ist halt, ich kann mich jetzt, ich kenne die Fakten nicht, ob die stimmen, die da aufzählt. Ja. Aber ich fand die halt bescheuert, die E-Mail. Und dann dachte ich mir so, kann man die ja mal vorlesen, weißt du, weil die ist halt absolut Ganger-Mail. Aber ich finde sie gar nicht so weit hergeholt, weil, also wenn das alles so stimmt, gehen wir mal davon aus, weil wir kennen uns alle nicht beim Kuckucksklan irgendwie aus, aber wenn das alles so stimmt, vielleicht ist es ja auch parodistisch irgendwie gemeint, damals gewesen, von den Machern, so hey, lass sie mal verarschen hier, den Kuckucksklan, machen da so eine Kinderserie draus, weil im Endeffekt die Ideale oder so, die der Kuckucksklan hat, die vermittelt die Sendung ja nicht, oder? Oder gibt es dazu auch noch eine Theorie? Dass jetzt irgendwie Ideale dann auch durch die Sendung vermittelt werden, weil, keine Ahnung, Gagameel so und so angegangen wird oder so? Ich habe gerade mal das Thema gegoogelt, es gibt auch noch die Theorie. Kommunismus, gell? Genau, Kommunismus. Weißer Schlumpf haben kein Geld, es gibt keinen Besitz, alle verfügen gleichermaßen über alle Waren und so. Echt? Ja, man kann es wohl auch aus einer ganz anderen. Paraschlumpf hat einen typischen Marx-Engelsbart. Man kann es anscheinend aus mehreren Positionen betrachten, das ganze Thema. Okay. Es gibt nur einen Babyschlumpf, wie es in der Volksrepublik China gesetzt ist. Finde ich auch gut. What the fuck? Ich glaube, ich so wieder unter dieses, man nimmt sich erst ein Thema und formt sich dann die Informationen, die man braucht, um es mit etwas anderem in Verbindung zu setzen. So sehe ich das auch. So wie dieses, wenn man die Buchstaben umstellt, kommt das raus und die Anzahl der Buchstaben geteilt durch zwei ergibt auf einmal das und das und so. Du kommst immer auf 9-11. Genau, und dann kommst du immer auf das, was du dir eigentlich gerade zurechtgelegt hast, weil du nur die Fakten nimmst. Ja, verstehe ich. Wir können jetzt einfach mal gucken, was hat der der Schlumpf für irgendwie... Ich habe auch mal... Wie stand der dazu? Ja, könnte man mal gucken. Wenn der Nazi war, dann vielleicht ja. Ja, oder dann halt ein Rechter, aber wenn nicht, dann halt nicht. Aber es gibt auch total viele verrückte Theorien ja zum 11. September und hast du nicht gesehen. Das meinte ich ja. Ja, genau, was Dalu meinte. Du suchst dir halt irgendwelche Fakten, verdrehst sie ein bisschen, machst sie ein bisschen schwammig und vernachlässigst einfach ein paar Fakten und dann ist gut. Kann ja sein, dass der Macher sich gedacht hat, hey, das ist ja irgendwie ganz lustig, ne? Verarschen wir das Ganze dann nochmal mit ein paar blauen Schlümpfen und so. Und dann ist gut, die Biene Maya ist bestimmt auch irgendwie eine NS-Sekte, die ja so Streifen hat und keine Ahnung und weißt du, kannst dir wahrscheinlich auch irgendeine Biene Maya-Sekte da zusammen basteln. Mhm. Wenn du Bock hast. Ja. Theorie an sich ist aber natürlich wieder in Anführungsstrichen halt lustig, ja? Ich finde es immer lustig, wenn sich Leute damit so auseinandersetzen und es dann da so hinstellen. Genauso hier unsere Star Wars, also diese ganzen Thesen, die man überhaupt schon so hatte. An sich ist es ja nur so eine Behauptung, die man da aufstellt mit den Beweisen, die man sich zusammengesucht hat. Es kann bestimmt sein, dass es in der Serie etwas ist, was das Ganze vielleicht widerlegen würde oder Sonstiges, wo die Stimmen vielleicht mal mit Gargamel zusammenarbeiten, whatever. und schon wäre das Ganze wieder Quatsch. Aber das ist nicht mit aufgezählt, weil das für meine These, die ich aufgestellt habe, natürlich schwach sind. Ja, aber interessant. Trotzdem, aber du kannst halt wirklich solche Thesen immer zusammenstellen. Aber coole Idee. Ja. Also jetzt nicht den Kugelsklang zu mögen, aber da so vielleicht jetzt zu ziehen. Ich habe mir gerade einen Artikel gefunden, wo jemand Biene Maja analysiert und da wird auch gesagt, Biene Maja hat auch eventuell damit was zu tun gehabt, so bla bla. Irgendwie die Hundenrede von Kaiser Wilhelm II. würde da irgendwie drin vorkommen und so. Sehr interessant. Krass. Krass. Auch bullshit bestimmt. Das haben dich die Zeichner wahrscheinlich nicht gedacht. Okidoki. Kommen wir zu einer weiteren Mail. Und zwar, das wusste ich gar nicht. Und zwar habe ich das gerade dann tatsächlich nebenbei gegoogelt. Deswegen war ich gerade etwas stiller. Hallo Team Peetsmith. Ich wollte gerne wissen, wie eure Meinung ist und in dem Fall auch Hallo Dalu, dass Komala Krieger nicht mehr auf YouTube aktiv sein möchte. Oh ja, das habe ich auch gesehen und mitbekommen. Das fand ich interessant. Genau. Da er einer der ersten Let's Player aus Deutschland ist. Könnt ihr das verstehen? Habt ihr auch schon mal solche Gedanken gehabt? Oder ist es einfach normal nach so vielen Jahren? Oder ist es einfach viel schwieriger alleine einen Kanal zu betreiben? Warum macht ihr nichts mehr mit ihm? Ich hoffe, dass er nur eine Pause braucht. Gruß. Was heißt denn, er ist der Erste aus Deutschland? Einer der Ersten. Er ist einer der Ersten Let's Player. Aber es kommen dann noch regelmäßig Videos da, oder? Ja, aber nicht mehr von ihm. Nicht mehr von ihm, genau. Also von ihm kommt kaum noch was. Nur noch seinen Zöglinge, glaube ich. Und er hat letztens ein Video gemacht, wo er, glaube ich, aus dem Urlaub oder so gesagt hat, ja, ich habe im Moment gar keinen Bock auf YouTube. Und er hat da ja schon gemerkt, dass ich mich zurückgezogen habe und weniger mache. Und ganz bewusst halt jetzt auch in Zukunft weniger machen wird. Und vielleicht, er hat die Frage offen gelassen, ob er auch ganz mit YouTube aufhört. hat, aber im Moment auf jeden Fall gar keinen Bock mehr hat auf diese ganze YouTube-Scheiße. Was wahrscheinlich, würde ich jetzt einfach mal behaupten, auf diesen ganzen Beef und Betray und sowas, den er, glaube ich, da in letzter Zeit ja mitbekommen hat. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Ja, da kann ich, das ist eine Sache, da weiß ich, das weiß ich halt gar nicht. Ja, dass ich, dass ich glaube, dass es irgendwie daran liegt, dass halt falsche Leute auf YouTube unterwegs sind, die einen ausnutzen und im Stich lassen und Bullshit labern und keine Ahnung. Ähm, soll es ja alles geben, würde ich jetzt frech behaupten. Liegt das da dran? Ähm, oder dass er sich vielleicht auch mehr auf sein, sein eigenes Leben im Moment konzentrieren möchte? Ja, solche, solche, ähm, Verschiebungen des Interesses gibt's ja immer mal wieder. Also ich mein, das ist ja nicht so was Schlechtes, das ist ja nicht so, was einfach wegschmeißt oder so, aber wenn man halt irgendwie das fünf Jahre gemacht hat und man nach fünf Jahren sagt, jetzt gut, jetzt möchte ich mal was Neues haben, ist das durchaus für mich zumindest eine verständliche Reaktion. Ja, hatte mich auch irgendwie ein bisschen gewundert, weil halt, ähm, weil halt er schon so lange dabei ist, ähm, dass er dann jetzt auch, ja, sowas einfach, ähm, dann anspricht und dann auch so den Weg so ein bisschen geht. Hat denn einer das Video gesehen? Ich hatte das Video die ersten zwei Minuten oder so hatte ich das gesehen. Von fünf. Von fünf, genau. Wo er halt sagt, dass er jetzt halt irgendwie keinen Bock mehr hat auf YouTube und, äh, nicht weiß, ob er aufhört oder nicht. Ähm, aber im Moment auf jeden Fall nichts von ihm kommen wird. Ähm, aber er hatte ja halt schon öfter mal so Phasen, wo er irgendwie gegen Zuschauer gebieft hat und deshalb irgendwie keinen Bock hatte, ähm, weil da irgendwelche Spasties in den Kommentaren sich auslassen, äh, über irgendein Bullshit, ähm, aber er eigentlich immer relativ stark damit umgegangen ist ähm, und offensiv auch umgegangen ist. Deshalb hat er mich das ein bisschen gewundert, dass er da, ähm, doch anscheinend ein bisschen kürzer tritt. Na, finde ich auch sehr, sehr interessant. Mal gucken, wie sich das entwickelt dann in Zukunft. vielleicht, äh, wann hat er er aus? Er ist bald bei Vox zu sehen, bei Deutschland, wer weiß. Er war ja sehr aktiv auf Twitch die letzten Tage. Ja? Ja. Okay, das kann natürlich auch sein. Also du sagst so, ach, scheiß YouTube, denk mich doch, ich mach jetzt Twitch. Ist ja was, was man bei vielen YouTubern sieht, so, das hab ich schon damals, als ich noch fürs Netzwerk gearbeitet hab, gesehen, dass viele, die dann Twitch entdeckt hatten, dann doch irgendwie mehr Spaß an dieser ganzen Live-Unterhaltung hatten, wo das Feedback wirklich direkt von den Zuschauern kann. Genau, weil es halt für den, für den Content-Ersteller irgendwie lustiger und interessanter auch ist, Ja. Und direkter. Genau, man sitzt da nicht so allein für sich, sondern hat wirklich gleich ein Publikum und es reagiert auf das, was man tut. Was natürlich dann auch, dann in gewisser Weise stimmt, was derjenige geschrieben hat, ähm, dass er halt alleine ist und dadurch dann irgendwie schwerer hat, ähm, ja, dauerhaft sich selber zu unterhalten, so ein bisschen. Ja. Und wenn er dann den Anschluss zu anderen nicht unbedingt dann im Moment hat, ähm, und auch keinen Bock auf die Leute hat, dann, ähm, verständlich, dass er dann irgendwie Richtung Twitch oder so dann eher gehen möchte. Mhm. Mhm. Fört's noch jemand? Hab davon leider nichts mitbekommen. Naja, ich auch nicht. Ah, Dalu, ey, Mann. Ja. Wo lebst du eigentlich? Gut, dann kommen wir halt, kommen wir mit einer, mit einer Geschäftsidee, die hier, äh, die hier aufgekommen ist und das könnte ja vielleicht auch für Dalu ein kleiner Anschluss sein, ja? Hallo, Pizziwit. Ich finde es gut, wenn ihr eure Let's Plays auf Englisch, Spanisch, Französisch und Arabisch machen, geben würde, weil ihr so mehr Klicks generieren könntet und mehr Geld verdienen würdet. Schließlich müsst ihr auch viel Geld bekommen, weil ihr so viel Geld in die Videos investiert. Erstmal vielen Dank dafür, ja. An dieser Stelle. Ja, finde ich auch, ich finde auch, wir müssen alle ganz viel Geld bekommen. Ich wollte gerade sagen. Aber unabhängig davon ist halt, was haltet ihr von der Idee? Let's Plays ins Englisch, Spanisch, Französisch und Arabisch zum Beispiel mit Untertiteln zu übersetzen. Äh, macht doch YouTube oder nicht? Kann man doch jetzt mit YouTube. Dass, äh, Zuschauer von uns quasi, ähm, Subtitles erstellen und die dann in den Videos integrieren, oder? Gibt ja sogar Live-Übersetzungen, glaube ich, dass YouTube das selbst erkennt, was du sagst und es dann übersetzt. Oder sogar sowas, ja. Ja, da steht immer was richtig Gutes. Das ist immer 100% richtig. Macht mal ein Video an. Bei euch und macht mal Untertitel an. Voll super. Ja, allein die Spracherkennung von Englisch ins Englische ist schon teilweise katastrophal. Ja, aber es gibt, momentan wirklich, also auf YouTube, gibt es wirklich die Möglichkeit, dass man, ähm, Übersetzungen einreichen kann für Videos. Ja. Also auch als Zuschauer. Auch als Untertitel, ne? Genau. Ja. Das meine ich nämlich auch. Cool. Aber wäre doch mal interessant, äh, interessant, uns so ein Pizmeet-Arabian-Team oder so zu machen oder ein Franz-Team, Pizmeet, weißt du? Also, was quasi so mit einer Lizenz von uns einen Sparekanal in Frankreich aufmacht. Oh, und dann... Oh, der spricht ja nach Fine Brothers, das ist gut. Ja, genau, so ungefähr. Ja, nur halt, äh, nur halt wir, äh, wir reichen solche Begriffe dann nicht direkt beim Patentamt ein. Aber so generell, so das Pizmeet-Team Englisch, das Pizmeet-Team Spanisch und so weiter, das wäre eigentlich eine ganz geile Idee. Oder so das Dalu-Team Englisch. Nicht? Was, nichts für dich, Dalu? Englisch ist ja noch eine Sache, das ist ja in Ordnung, aber Spanisch, Französisch und Arabisch. Arabisch ist doch super. Kesselmark ist direkt etabliert, ja. Weil es gibt ja sogar viele Leute, die machen ja Videos auf Deutsch und auf Englisch. Das stimmt. Auf zwei unterschiedlichen Kanälen. Och, das gibt es ja bereits. It's true. Also so zwei Sprachen ist ja sogar schon relativ normal für viele. Also das machen ja auch echt viele Leute, aber so ein Allround-Ding, was einfach mal den kompletten Kontinent abdeckt, das gibt's nicht. Aber es wäre doch geil, oder? Schon. Und dann trifft man sich einmal im Jahr mit 60 Mann dann zur Pizmeet-Homeoffice-Party und dann geht ab. Aber da hätte ich allein schon als Let's Player hätte ich da Angst, wenn das was, was sich irgendein Team mit einer Sprache, die ich nicht verstehe, dann hier den Julien's Block macht und dann irgendwie verurteilt wird. Unter meinem Namen ist vielleicht ein bisschen, kommt da nicht so gut vielleicht. Ja, das stimmt. Du suchst ja natürlich nur die Besten raus. Jetzt das Profi-Team zusammen. Genau. Aber was ich, glaube ich, auch schwieriger finde, ist irgendwie den Transfer von den Zuschauern dann irgendwie. Du hast ja dann eine andere Mentalität. Vielleicht, keine Ahnung, so ein paar Franzosen, die finden uns halt nicht witzig oder so als Pizmeet-Team. Die finden dann eher so andere Leute witzig. Wir würden ja die Pizmeet-Mentalität in diesem Kanal, in diesem anderen Kanal ja auch irgendwie versuchen, weiterzutragen, oder? Und dann auf einmal sind wir halt auf Arabisch voll die Oberspasten. Vielleicht auch auf Deutsch schon. Aber ich glaube, das ist einfach keine Option, weil du nicht, also ihr funktioniert ja über die Persönlichkeiten und du kannst nicht einfach sagen, okay, das ist jetzt auch Pizmeet. Da sitzen dann bloß andere, also das, da braucht man sich keine Hoffnung machen. Das stimmt. Na trotzdem. Glaub ist aber das nicht mal in weiterer distanzierter Form mit Pong? Ja, irgendwas mit Holländisch. Das gab es doch auf Holländisch noch. Genau, genau dasselbe mit anderen Leuten, aber ansonsten. Hat auch nicht funktioniert. Pizmeet-Arabische-Team. Ich würde das schon lustig finden. Dann bei TTT, wenn Sepp die Bombe plantet, ne? Die bringen auch dieselben Witze mit ein. Voll nice. Haben die einen Tierarzt, der schlecht Golf spielen kann? Das ist immer die wichtige Frage. Was sind dann die Kriterien dafür? Das ist echt die wichtige Frage. Na gut, okay. Gehen wir weiter. Passend halt zu Sepp, ein Thema zum Umzug. Hi Jungs, im letzten Peace-Cast habt ihr über das Umziehen gesprochen. Und lustige Geschichten darüber erzählt. Ich bin jetzt seit 17 Jahren und muss nächstes Jahr wegen meinem Studium von Frankfurt nach Erfurt ziehen. Nun wollte ich euch fragen, wie war das, als ihr das erste Mal in euren eigenen vier Wänden geschlafen habt? Wie habt ihr eure erste Wohnung finanziert? Damit meine ich das Geld, was ihr ohne Drogen verdient habt. Hä? Hä? Und mich interessiert, was ihr mir für meinen ersten Umzug und das erste Mal Wohnen ohne Eltern empfehlen könnt. Hier möchte ich kurz erwählen, dass ich zu diesem Zeitpunkt kein eigenes Einkommen habe. Liebe Grüße und bleibt so wie ihr seid. Der junge, erfolglose und geldlose Noah. Okay. Also ohne Geld ist schon mal scheiße. Also ich bin ausgezogen, als ich einen Job hatte. Also als ich mein Studium und meine Ausbildung hatte, weil dann mein Einkommen gesichert war, ich nicht dem Vaterstaat auf der Tasche liege. Oh. Schaut's auf, Feier. Meine Zukunft. Echt, man, Noah, du bist ein Untermensch, wenn du BAföG nimmst. Erbärmlich. Das ist das Letzte. Nein, 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 nein. BAföG ist doch was anderes. BAföG ist ja was anderes. Liegst du im Staat auch auf die Tasche? Nee, finde ich nicht. Warum nicht? BAföG ist ein Kredit, den du... Nee, ist ja kein Kredit. Also nicht vollständig. Nicht vollständig, aber es ist zumindest eine Möglichkeit, den Studenten da entgegen zu kommen. Aber wenn ich dann quasi nach der Schule direkt als Harzi irgendwo einsteige, weil ich keinen Bock habe, dann finde ich das scheiße. Er ist Student, habe ich euch erzählt, muss halt von Frankfurt nach Erfurt ziehen. Dann habe ich das so ein bisschen verpasst. Also und er... Erstmal wieder alle dissen. Die ganzen Studenten, die im Vaterstaat auf der Tasche liegen. Das war echt gemein. Nee, aber dann finde ich das okay. Kann man ja machen. Dann ist es halt nur deutlich schwieriger zu starten, weil je nachdem, wo du dann ja hingehst, hast du es echt schwer mit einer Wohnung und die finanziert zu bekommen. Wie war es denn für euch das erste Mal in den eigenen vier Wänden zu schlafen? Kalt. Ich weiß nicht, am Anfang fühlte es sich sehr an wie so ein Hotel, muss ich sagen. Ich habe in einem Studentenwohnheim gewohnt. In einer WG mit vier anderen Leuten. War noch am Anfang sehr befremdlich. Irgendwie so jetzt so, man war in einer anderen Stadt, man war so für sich alleine. Aber es wurde sehr schnell sehr geil. Ich glaube halt, WG am Anfang ist ja nochmal irgendwie was Eigenes, wie wenn du dann eine eigene Wohnung hast. Ja, mich hat es so sehr genervt, dass ich dann mir ganz schnell eine eigene Wohnung gesucht habe. Ich dachte, später wurde es ganz geil. Naja, dass man alleine wohnen hat. Also selbst schon in der WG war es geil, aber ich bin einfach nicht so der WG-Typ. Ich habe gerne meine Ruhe einfach. Wenn ich mich mit Leuten unterhalten will, dann verabrede ich mich mit ihnen. Was? Ja. So richtig soziale Kontakte oder so. Ab und zu passiert das durchaus. Deswegen war halt auch hier als Community-Manager nicht so gut. Ja, das war das Treffen. Ja, lass mal einen Termin ausmachen. Nee, ist mir egal, ob deine Mutter gestorben ist. Nee, aber finanziert habe ich es mir mit BAföG. Das ist durchaus ein mögliches Mittel. Ja. Aber hast du nebenbei noch gejobbt dann? Ja, ich hatte noch als freier Redakteur geschrieben. Da kamen jetzt aber nicht so die Riesenbeiträge rum. Nicht die Menge. Nee. Aber besser als Beibrot zu haben. Ja. Also in der Zeit habe ich auch sehr viel Geld gespart. Was ist denn bei dir, Bram? Bei mir? Ich bin, wo bin ich denn hingezogen? Moment. Du hast da zu Hause gewohnt, oder nicht? Ich habe erst zu Hause gewohnt und dann bin ich halt nach Düsseldorf in der WG. Genau. Und das war ganz okay. Aber so, ja, das war, bei mir war es vielleicht noch ein bisschen traurig, weil ich meinen, weil ich meinen Geburtstag tatsächlich. Ich habe am 27. März mich umgezogen und am 28. war ich ganz alleine. Oh, ja. Guteslach alleine. Ja, das war schade, weil ich normalerweise eher so der Geburtstag Feierer bin. Ja, war, 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 war eine Erfahrung. Das erste Mal. Die ersten paar Nächte waren, äh, waren cool. Wenn ich ganz ehrlich bin, so ganz alleine überdachtest, kannst du machen, was du willst? Und dann denkst du dir, fach, dann hast du irgendwelche Leute in der WG, auf die du auch Gesicht nehmen musst, musst du ja tatsächlich zu Hause. Ja. Nur, dass keiner für dich kocht und wäscht, ne? Ja, genau. Da musst du es selber machen. Das fand ich, also ich habe echt das, das Essen von Mama sehr, sehr vermisst am Anfang. Und, und, und halt dieses familiäre, dann ist halt immer einer da und. Ja, aber wenn ich es vermisst habe, dann bin ich mal eben hingefahren, weißt du. Ja, aber das hatte ich ja nicht die Möglichkeit. Mikkel trifft sich ja auch immer mit wem zu reden. Ja. Also man muss auch vor die Tür gehen. Weißt du, wenn die Eltern, die Eltern waren halt dann irgendwie, weiß ich nicht, zwei Stunden mit der Bahn halt weg und kostet ja auch Geld und alles. Und kannst ja nicht immer zu Mama nach Hause. Ja, du hast doch einen Job. Ja, aber trotzdem hast du ja, der Tag hat nur 24 Stunden, Mikkel. Ja, es gibt ja auch. Deiner vielleicht. Meiner vielleicht, aber stimmt. Hilfst du viel, ne? Ich arbeite zu viel, Mikkel. Ach so. Von daher was. Aber man, man gewöhnt sich halt schnell dran. Man gewöhnt sich doch schnell dran. Dadu, du wohnst auch alleine? Ich wohne auch alleine, ja. Schon beide Wohnungen jetzt. Dein ganzes Leben. Ich wohne auch ganz alleine. Bei uns ist es aber eher so, ich wohne zwar alleine, aber kompletter Familienkreis mit Tante, Onkel und so weiter. Wir wohnen alle relativ nah beieinander. Also es ist alles so maximal 20 Minuten mit dem Auto oder sowas. Und da hast du hier ich fand das von Anfang an relativ cool, alleine zu wohnen. Also es gab nicht irgendwie so der Anfang irgendwie Remdi oder sonstiges, sondern einfach es war cool, seine Ruhe zu haben, ne? Ganz alleine fand ich schon ziemlich nice. Ja, ich kann dazu nicht so viel sagen. Ich wohne ja noch zu Hause. Aber ich bin ja auch ein Stück weit jünger als hier. Also darf ich das auch. Du bist ja auch erst zwölf. Ich weiß. Wie alt bist du? Studierst du? Dass ich dir das immer wieder sagen muss, ey, ist unglaublich. 23 bist du oder studierst? Ich bin 21, aber egal. 28. 24? Okay, du bist ja 21, aber du siehst aus wie 28. Du bist 21? Ich finde auch, du siehst schon aus wie 30. Naja, aber so 23 hätte ich jetzt schon mindestens gesagt. Also du und Gronkh nebeneinander sehen gleich halt aus. Also jetzt, wo der Bart ab ist, ja. Ja. Du bist ja schon wieder nachher. Früher nicht, ey. Früher. Vielleicht brauchen wir auch ein Stück jünger. Weißt du, man ist so nett, kommt hier zum Peakcast, weißt du, will ein bisschen unterstützen, wird nur beleidigt. Das ist unglaublich. Hört alle den PHP nachher live, 16 Uhr. Ja. Hört ihn nachher live, wenn die Folge hier heute Abend um 1.20 Uhr eingeht. Ja, dann habt ihr es halt verpasst. In zwei Wochen könnt ihr noch mal gucken. Genau. Also könnt ihr es natürlich auch anhören. Okay. Kommen wir noch zu einem netten kleinen Thema und zwar diesen Mittwoch. Als ich gerade eine Zeitung in einen Briefkasten einwerfen wollte, kam meine ältere Frau rausgelaufen. Ältere Frau ist eigentlich untertrieben. Das ist meine richtig alte Schachtel. Ich ziehe also meinen linken Nippel, Kopfhörer aus dem Ohr, um die Frau umzuhören. Was ich denn schon wieder falsch gemacht habe. Sie hatte mich blut angemacht, warum ich denn nie die Sonntagszeitung bei ihr einwerfen würde. Ich habe dann mit ruhigen, netten Worten versucht zu erzählen, dass ich erstens keine Sonntagszeitung austrage, und ich zweitens keine Zeitung austragen darf, da das erst ab 18 erlaubt ist und mir die Zeitung ja schon in der Nacht austragen muss. Die Mama wollte sich aber nicht geschlagen geben und zückte eine schöne Geschichte aus dem Ärmel und sagte, dass sie mich doch jeden Sonntag beobachtet, wie ich überall, aber nur nicht bei ihr, eine Sonntagszeitung einwerfen würde. In dem Moment fing auf einmal in dem Moment fing auf einmal Bram im Pietgas an zu lachen und aller anderen hinterher. Dadurch musste ich so krass lachen, dass sie immer wohl dachte, dass ich mich über sie lustig mache. Sie ging dann zurück ins Haus, als ich mir gerade den linken Nippel wieder ins Ohr schieben wollte, hörte ich sie nach irgendwas mit Nachspiel rufen. Das war mir aber auch egal. Mit einem durchgehend Lachen im Gesicht warf ich dann ihre Zeitung in den Briefkasten, war kurz davor noch ein Yellow. Was? Ein Yellow auf der Zeitung zu lassen? Was ist denn ein Yellow? Ein Jill. Oh Gott, war da richtig eklig. Wahrscheinlich noch rotzen. Aber das habe ich dann doch gelassen. Naja, als er am späten Nachmittag zu Hause ankam, bekam ich schon eine halbe Stunde später einen Anruf von meinem Arbeitgeber. Er hat mich gefragt, wieso ich denn ohne Grund eine ältere Frau einfach so beleidige und ihr keine Zeitung gebe. Ich erklärte dann meinem Chef, der auch ein Riesenarsch ist, wie die wahre Geschichte gelaufen ist, die er mir nicht abkaufen wollte. Das Gespräch erinnerte dann, wie er sagte, einfach was netter sein. Ich antwortete mit einem Ja, Ja. Aber da war ich dann sauer auf mich selbst, dass ich den Yellow nicht losgeworden bin. Jetzt meine Frage. Warum glaubt ihr, dass die meisten alten Menschen so gehässig sind? Glaubt ihr, die haben einfach nur Langeweile und wollen andere damit ärgern? Was sagt ihr? Also erstmal möchte ich sagen, ich glaube nicht, dass es die meisten alten Menschen sind. Ich glaube, es gibt auch sehr viele nette alte Menschen. Aber ich glaube, in dem Fall, wo es so die alten Menschen sind, die böse sind, die sind einfach, ich weiß nicht, die haben vielleicht zu viel Mist in ihrem Leben erlebt, sind dann einsam, haben keine Freunde mehr, alle weggestorben, haben so viel Langeweile und dass sie dann irgendwelche Streits anfangen. Meine Theorie. sind dann auch ein bisschen senil, was dann halt die Menschenerkennung quasi angeht und glauben dann halt, jeder sieht halt aus wie der Postbote, der meine Zeitung nicht einwirft und mich verarscht. Ja. Weißt du? Auch wenn er das halt gar nicht ist. Weißt du, für die sieht halt ein 18-Jähriger aus wie jeder andere, ne? Es hat dunkle Haare, er hat dunkle Haare. Peng. Das ist jeder, der sonntags aussieht. Das ist einfach so ein Frust über das eigene Leben vielleicht, dass man weiß, es ist bald zu Ende, man hat nicht das erreicht, was man werden wollte, ein Ballerina oder so. Ja, richtig. Das würde es sein. Deswegen sind alte Menschen so gemein. Also ich habe ja gerade gesagt, ich glaube, man hat den Eindruck, dass es viele alte Menschen sind, ich glaube, es sind eher weniger alte, aber die sind dafür richtig böse. Ich hatte das tatsächlich auch mal, als ich noch in Weze gewohnt habe, wohnten wir fast in so einer Kurve. In dieser Kurve drin war so ein großer Parkplatz, sagen wir mal so, für 20 oder 30 Autos. Du durftest halt auf der linken Seite in so Parklücken parken, ganz normal, wie man so kennt, so eine Lücke neben der anderen. Die waren aber so angeschrägt. Und auf der anderen Seite der Straße gab es so einen abgesenkten Bordstein, den durfte man aber auch parken. Da stand sogar extra ein Schild. Und ich stand eine ganze Zeit lang aufgrund von Platzmangel einfach immer relativ weit, also so in so einer Autoreihe, einfach so, keine Ahnung, so dritter, vierter Platz, aber halt auf der abgesenkten Bordstein-Seite. Und irgendwann kam halt dann mal der Mann raus, während ich gerade ins Auto gestiegen bin, der alte Sack, und hat mich halt voll zu Sau gemacht, wie ich es wagen könnte, mit meinem Auto vor seinem Zaun zu stehen. Ein schöner Zaun. Ja wirklich, also du musst dir vorstellen, da war dann halt so abgesenkter Bordstein, da war dann noch so, also ich meine, WC ist relativ platzmäßig sehr cool, da war dann noch vielleicht so zwei Meter und da kamen halt so die Zäune von den anliegenden Häusern dann, ja? Also es waren halt so Einfamilienhäuser immer. Und ich stand halt in der Reihe mit, keine Ahnung, fünf Autos oder sechs oder sieben, keine Ahnung, mehreren auf jeden Fall. Und, ja, hat mich dann aber gerade erwischt und hab mich dann gefragt, ich dürfte da halt nicht stehen. Dann hab ich mir verfruchtet, ja, sein Auto steht da immer. Ich so, ja, aber hier gibt's ja keine andere, also ich meine, und dann hab ich mir mal gesagt, wie ihm erklärt so, wie sie jetzt auch gerade sehen, hier gibt's gar keinen anderen Parkplatz, die waren einfach zu ihr schnell da. Ne, das geht so nicht. Und jetzt kam, ich hab gesagt, da hat er mich halt angemacht, seither, dann hab ich mich natürlich da öfter trotzdem noch hingestellt und irgendwann, und das ist kein Spaß, waren die Lichter bei mir am Auto im Arsch. Also, eingeschlagen. Oh Mann, ey. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob er das war, weil ich das nicht beweisen kann, aber das war an einem der Tage, wo ich bei ihm vor dem Zaun stand. Weißt du, was ich hoffe? Schon zu mich nah, ne? Ich hoffe, du hast trotzdem da noch geparkt. Habe ich auch. Sehr gut. Weil aber daran lag halt, dass kein anderer Parkplatz gibt einfach. Was soll ich denn machen? Wo soll ich mein Auto denn hinstellen? Ja, aber sind das auch für Leute, ey. Das geht nicht. Der parkt da. Ja, das war halt irgendwie wieder so eine Geschichte, wo ich dachte so, alter Junge, du hast aber nichts zu tun. Ja, du bist so alt, du kannst auch noch, wir haben 500 Meter weiter, war eine Kirche, da war auch ein Parkplatz, da hat man dann im Notfall geparkt, wenn nichts anderes ging. Aber wenn du langsam bist, hast du Pech. Und die große Frage ist, wenn du sogar so in Rente bist, warum wartest du nicht, bis mittags alle zur Arbeit fahren, stellst du deine Autos genau vor die Tür. Da steht der Wagen noch da, das ist doch gut. Da steht er genau da, wo du möchtest. Schon ein bisschen. Ja. Aber so, so was gibt es halt, ne? Gibt es überall, so alte Leute. Gibt auch ganz liebe, nette alte Leute, die, die hier bei mir in der Neuen-Kurve, meine Großeltern zum Beispiel. Da sind ganz, ganz viele alte Leute hier und die sind alle super nett, die sind höflich, die grüßen sogar, das habe ich ja vorher nicht gehabt, wo ich gewohnt habe. Da hatte ich ja keine Sau gegrüßt. Hier grüßt dich jeder. Das ist total nett hier. Das war schön. Total nett. Hat sonst noch irgendjemand eine geile Geschichte über alte Säcke? Wir hatten früher gegenüber immer, wir haben immer Fußball bei uns auf der Auffahrt gespielt und dann hatten wir gegenüber, wohnte so eine richtig schlimme Frau. Die hat jedes Mal, saß die am Fenster und hat darauf gewartet, dass der Ball in ihren Garten fällt. Und dann ist sie rausgestürmt und hat uns voll zur Sau gemacht und was das denn soll und so eine Scheiße. Und ihre Blumen, denen nie was passiert ist, die gehen ja daran zugrunde. Die werden ja ganz traurig, wenn sie uns beim Fußball zuschauen müssen. Also das war auch so ein Paradefall von alter schlimmer Frau. Also ganz schlimm, ja. Ich habe eher so eine Story wie Bram mitgemacht. Jeden Samstag jetzt schon seit mehreren Jahren treffen wir uns halt bei einem Kumpel, um da ein bisschen zu zocken und so weiter. Zu saufen, gibt es auch zu. Und so weiter. Und wenn wir dann abends immer zurückfahren, das ist... Nach dem Alkoholkonsum? Das ist aber nicht cool. Nein, ich habe nicht gesagt, dass wir Alkohol konsumieren. Nein, das habe ich unterbrochen. Das war Drogen. Okay, Dado. Das ist gut. Hat mit dem ersten Thema zu tun? Nein. Die Straße ist halt unglaublich lang. Und wir kommen halt immer die Straße von unten nach oben und müssen aber auch, wenn wir zurückfahren, natürlich wieder nach unten raus. Und man kann auf dieser Straße einfach nirgendwo wirklich wenden. Weil bei uns ist es so, dass die Leute ihre Autos auf der Straße parken. Kennt ihr das? Anstatt so halb auf dem Bürgersteig. Das heißt, das ist eine zweispurige Straße. Es passt halt immer nur ein Auto durch. Und da gibt es dann so einen schönen älteren Herr, der hat ein richtig schönes Haus und eine richtig breite Einfahrt. Da kann man wunderbar drinnen wenden. Das mag der aber anscheinend nicht. Weil der steht dann immer am Fenster abends und meckert uns an. Und ist auch schon mal rausgekommen. Aber wir wenden ja relativ schnell. Und irgendwann, eines Tages stand mein Kumpel gegenüber von seiner Einfahrt auf der anderen Straßenseite. Halb auf dem Bürgersteig sogar noch. Und irgendwann knallt es halt richtig laut. Und aus Spaß habe ich gesagt, hey, das war dein Auto. Er guckt auf den Balkon runter, ist genau dieser Opa hier. in den Hagen gefahren. Ernsthaft, anverkürst. Aus Spaß oder warum? Keine Ahnung. Also aus dem Grund weiß ich ja nicht. Aus Langeweile wahrscheinlich. Aber es war unmöglich, beim Wenden dieses Auto zu treffen eigentlich. Weil der stand halt noch halb auf dem Bürgerschein, auf der anderen Straßenseite. Vielleicht hat er die Bremse nicht gefunden. Ist einfach geradeaus runter von seiner Auffahrt. Einfach mitten geradeaus. Das war halt ein lustiger Zugball, nennen wir es mal. Aber halt diese Sache, ja, aus Spaß, das war dein Auto. Ja, ja, klar, guckt auf mein Gott. Voll in die Seite gefahren. Vielleicht hat er einfach die Einfahrt nicht getroffen, wenn er so eng war. Vielleicht war das auch so ein elektrisches Auto, was ich dann entscheiden musste, wende ich jetzt Oh, damit haben wir den Bogen gespannt jetzt. Ernsthaft. Ah, cool. Gut, machen wir noch einen Rauschmeißer, ein kleines Rauschmeißer-Anekdötchen. Hi, mein Name ist Janosch. Da ihr euch amüsiert habt über losers.com letzte Woche, wollte ich euch mal gerne trumpdonald.org ans Herz legen. Da kann man trumpdonald.org Da kann man Donald Trump mal richtig nerven. Das ist eine Internetseite, ja, da kann man Donald Trump mit ner Tröter antröten und die Haare machen dann irgendeinen Scheiß. Wow. Hammer nice. Absolut perfekt. Ich mach's gerade sehr gut. Dankeschön für diesen Teintipp. Das werden wir gleich erstmal direkt machen. Ja, werden wir in den nächsten 20 Stunden mit verbringen. Bis nächste Woche dann, wenn wir im Petecast Folge 51 wieder mit dabei sind. Ihr könnt natürlich Fragen stellen, gerne an Petecast at Pete's Meat Punkt.de für die Fragestunden am Ende. Vielen Dank an dieser Stelle für Andi, Mikkel und Dalu fürs Dabeisein. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß. Gerne doch. Und vielen Dank an all die Zuhörer da draußen fürs Zuhören über alle möglichen Medien. Bis nächste Woche. Tschüss. 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 Das war's.